Hallo liebe Muzzis, die den Podcast schauen oder hören und liebe Comedy-Fans unter euch. Und ich nehme jetzt mal an, das sind die meisten, wenn ihr den Podcast schaut oder hört. Und für alle Comedy-Fans, tolle Mitteilung, ich gehe wieder auf Solotour. Die Saison startet bald und würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet. Mein momentan noch aktuell Solo-Standoff, das sind die letzten Termine, nachher ist es definitiv vorbei. Und es wird an einigen Orten noch vorgefeiert, sozusagen aufgefeiert. Zum Beispiel 29. September in Faduz, 5. Oktober in Chur, dann haben wir 20. Oktober in Hochdorf, Hoftere. Und 21. und 22. Oktober in Basel, einmaliges Best-Off. Das Best-Off aus 34 Jahren, so aus den letzten Programmen, was mir am liebsten gefällt, zusammentrummelt. Das wird sicher auch geil. 27. Oktober in Liss, 28. Oktober in Winterthur, 5. November in Rapperswil-Jonah, 11. November in Baden. Dann am 13. Januar in Rheinfelden-Aargau, 26. in Rorschach und 21. Februar im Bernhard-Theater Zürich. Endlich, 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 endlich das Solo in Zürich. 11. März in Altstetten, 16. März in Hollenstein, 17. März in Pfaffikon, Zürich. Und der Nieren ist dann am 25. März in Basel. Für diesen Termin und ein paar andere, könnt ihr auf meine Webseite www.joel-von-mutzen-becher.ch und da gibt es Tickets zu all diesen Shows. Wird eine ganz tolle Sache, sind wie gesagt die letzten Termine mit deinem Programm. Und grossartiger Support ist auch immer dabei, entweder der Matteo oder an einzelnen Orten, jemand anderes, wie zum Beispiel Infadutz, der Moritz Schädler. Freut mich riesig, kommt vorbei www.joel-von-mutzen-becher.ch Bis dann! Ah ja, schau jetzt. Ah. Bei mir stimmt es, ich habe einfach ein Fernseher gesehen. Du, wenn es läuft, dann... Es stellt sich automatisch in. Mhm. Du hast ja auch keine Kameraläute oder so. Das geht von oldschool. Das geht von alleine. Du setzt eine Kamera vorne hin und dann geht alles ganz automatisch. Ist gut. Ist gut? Ja. Alright. Passt alles. Getränk aufgefüllt. Wunderbar. Getränk da. Sehr schön. Eine grosse Ehre, dass das klappt. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Man musste ja einmal verschieben. Ja. Ich habe aber auch einen guten Grund gehabt. Ich finde auch. Also die Beartigung der Queen ist einer der besseren Gründe, den ich bis jetzt als Absage bekomme. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist völlig unerwartet gekommen. Sehr verfrüht gestorben. Nein, es ist wirklich, es ist das gewesen. Es war nicht mal eine blöde Ausrede. Ich musste wirklich. Das habe ich mir schon gedacht, dass es keine blöde Ausrede ist. Ich habe noch so abgewogen, Joel oder Queen. Ich wäre hassig gewesen, wenn du trotzdem gekommen wärst. Eben schon, gell? Natürlich. Dann hätten wir es nicht so gut gemacht. Nein. Darum, wirklich schön klappt das jetzt. Ich freue mich sehr. Mein Ziel ist ja eigentlich, dass ich jetzt noch ganz viel lehre, weil du eine richtige Talkshow hast und ich einen Podcast, wo ich einfach ein bisschen mit Leuten rede. Darum bin ich groß ein bisschen als, weißt du, man muss den Jungen etwas weitergeben. Ein alter, weisser Mann, wo man einen jungen Nachwuchstalenten... Noch ein bisschen, mansplaining. Nein, 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 ich kann viel lernen von dir. Ich komme ein Lernergegenseitig. Ja, was ich schon mal spannend finde, ist bei deinem Talkformat, was ich immer spannend finde bei Talkformat ist, im Gegensatz zu einem Podcast, eine Zeitbegrenzung. Und ich nehme an, beim SRF sogar eine Sekundengenaue Zeitbegrenzung. Je nachdem, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen, ich weiss noch nicht, 23 Sekunden später auf die Sendung geht und nachher dann aber trotzdem auf die Seite raus muss. Ich würde das gerne sagen, ja, aber bei mir ist wirklich, ich habe ein bisschen Freiheiten diesbezüglich. Also wir haben natürlich eine Beschränkung. Zuerst sind es 30 Minuten gewesen, dann haben wir es ein bisschen gedehnt, weil ich wirklich immer zu lang gewesen bin. Dann haben wir gesagt, jetzt sind es 33 Minuten. Aber, also wenn wir dann ja gar schauen gehen, es ist immer so plus minus 2, 3 Minuten. Aber weil der Slot relativ spart ist, also im 25, ab 10, ist es hinten raus nicht so schlimm. Aber natürlich, also wenn es jetzt wirklich ausartet, wie bei dir zum Teil, dann würden es die Leute sagen, du hast überhaupt keine Beschränkung, gell? Ich habe eigentlich gar keine Beschränkung. Ausser der Christoph muss es einkaufen gehen oder so. Das ist nur in der Corona-Zeit. Richtig. Aber ich bin so ein bisschen schauen, ich weiß nicht, der Gabriel Vetter, irgendwie 2 Stunden 40 oder so, hat gedacht, vielleicht jetzt nicht so lange, aber wir sehen ihn nicht mehr. Das Lampoet ist nicht mehr lang. Schon. Ich glaube, der Rekord war mit Renato Kaiser über 3 Stunden. Und dort musste er Christoph einkaufen, weil während der Corona-Zeit, ich glaube um 7 Uhr. Ja, alles um 7 Uhr. Und er hat einfach alles laufen lassen und ihre Entdeckung gemacht. Nein, ich habe dann gesehen, langsam rumrutschen. Ich habe gesagt, ist alles okay. Und dann habe ich es nicht mehr von eingehaufen, denn ich habe mich fast 7 Uhr gesehen. Aber nicht. Ist ja auch lang genug. Ja, 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 dann können wir auch Pause machen und alles. Aber bei einem Talkformat wie dein, da probierst du ja auch verschiedene Themen anzusprechen. Das heisst, ich weiss nicht, wie du das genau machst, aber du gibst dir wahrscheinlich so ein bisschen Segment, quasi etwa 5 bis 8 Minuten sollte man auf dem sein, aber dann muss man irgendwann weiterkommen, damit man das noch ansprechen und das noch ansprechen. Ja, das ist eigentlich auch die grösste Herausforderung. Also ich habe gemerkt, ich mache es immer ein bisschen anders. Aber wie du sagst, ich habe so gewisse Elemente im Kopf, weiss auch, wie ich vom einen vielleicht zum anderen könnte kommen, bin aber gerne auch so ein bisschen offen und frei, dass wenn du jetzt mein Gast bist und mir irgendetwas Spannendes erzählst, dass ich völlig in eine andere Richtung gehe. Und dann wieder den Weg zurückzufinden, ist einerseits für mich schwierig, aber das schaffe ich noch, aber natürlich für das ganze Team dahinter. Also ich habe immer einen Produzenten oder eine Produzentin im Ohr, der ein bisschen wissen will, in welche Richtung es geht. Und dann merke ich auch, wenn wir jetzt völlig wegkommen, dann sagt er oder sie mir dann amtags, probiere mal wieder auf das und das zu kommen. Und ich mache dann zum Teil ganz abenteuerliche Schlaufen und merke, dass man nervös wird in der Regie, weil das Gefühl wird, wir wollen das unbedingt noch ansprechen. Weil du hast ja zum Teil so zwei, drei Sachen, wo du weisst, hey, das ist so ein bisschen der Beef oder da gibt es vielleicht irgendeine Primärmöglichkeit oder so. Und das wollen wir und müssen wir ansprechen. Aber ich komme so auf verschiedenen Wegen dazu hin. Aber das finde ich auch immer super spannend. Also ich habe zwar Kärtchen vor mir mit den Beiträgen und den Einspielern, aber meistens geht es völlig in eine andere Richtung. Ich habe immer gedacht, als ich Fernsehen gemacht habe und du die Regie auf dem Ohr hast, ich habe immer gedacht, es ist auch so gut, wenn du einen Zweikanalton hast, wo du einerseits mit der Person live sprachst und andererseits irgendwie so wie ein Audiokommentar noch an die Regie schicken kannst. Ja, ja, stimmt. Übrigens, ich bin jetzt an dieser Überleitung und ich sage jetzt mal in zwei Minuten, kannst du diesen Einspieler bringen. Oder müsstest du ein Signal abmachen, weil mittlerweile kennt es mich, ich habe eine Produzentin, die ich schon früher damit zusammengearbeitet habe und sie weiss mittlerweile, wie es funktioniert. Aber manchmal hast du schon recht. Du musst mir wie ein Signal abmachen können, dass du keine Angst hast, ich habe es nicht vergessen oder ich komme schon noch dazu. Ich habe auch eine Uhr vor mir. Ich komme schon dazu. Ja, genau. Ja, oder wenn ich es dann rausnehme. Aber es ist zum Teil noch heavy, aber ich kenne es auch so ein bisschen aus der Tagesschau und Zauferzehung. Reden, während jemand mit dir spricht und das irgendwie voneinander zu trennen können, das ist recht schwierig. Und ich habe das Gefühl, wenn die Leute anfangen, glasig zu schauen, dann redet gerade jemand mit ihnen. Ja, ja, du siehst es manchmal. Ich hatte mal eine Moderation im Hallenstadion und dann habe ich den falschen Kanal im Ohr gehabt, nämlich die Regie, die mit der Kamera spricht. Ja, das habe ich auch schon gehört. Und dann sagst du irgendeinen Einspieler an und sagst, und was dort und dort passiert ist. Und dann hörst du, okay, Achtung, Mats in drei, zwei. Und dann hat er so einen Brainfuck an, wo du sagst, oh shit, ich muss jetzt so sprechen, dass wenn der auf Null ist, ich das Ende bin. Aber er denkt sich, ja, ich zähle ab, weil ich weiss, wie er das so hört. Und wenn ein Pächer schreit dann noch über dich, geht es dir ja scheisse heute wieder. Das hast du auch schon gehabt. Alles erlebt. Und wirklich zum Teil eben die ganze Regie auf dem Ohr oder zum Teil irgendeine Korrespondentin, die sich bereit macht für ihre Schaltung und noch irgendwie auf Französisch oder Englisch mit dem Kameramann dort redet. Also es ist zum Teil total wirkend. Und du kannst es nicht, du kannst nichts sagen, also du bist live drauf. Ja. Wir haben so eine Räuspertaste im Studio. Also wenn irgendetwas läuft, kannst du schon mit den Leuten reden. Aber wenn du live drauf bist, dann kannst du höchstens irgendwie, dann musst du einfach durch. Aber es ist extrem anstrengend. Und ich glaube, es hat etwas mit den Hirnhälften zu tun. Du kannst schon verschiedene Signale bekommen. Aber dass du wirklich konzentriert bei dem bleibst, was du dir vornimmst und einfach weiter schweizst, während jemand mit dir schweizt, das finde ich einfach noch echt anstrengend. Das merke ich auch auf der Bühne, dass du zum Teil irgendwie, du bist etwas am Verzählen und im Hinterkopf ist aber natürlich schon drei weitere Stimmen. Ah, warte, jetzt die Person dort heisst so und so und schaffst auf dem und dem Beruf. Kann ich das jetzt einbeziehen in den nächsten Joke? Und irgendwie... Wie ist es, wenn jemand reinruft? Das frage ich mich immer bei den Stand-up-Comedians, aber zum Teil auch wirklich sonst, so die ganz spontanen. Ja. Du hast ja trotzdem dein Ding und dann ruft dir jemand etwas zu. Weisst du, kannst du dann völlig ändern und sagen, auf das geht jetzt, dann musst du. Also, es kommt auf was in dir ruft und es kommt auf zu welchem Zeitpunkt. Und weisst du, du merkst ja meistens gerade, ist es etwas, was jetzt einfach zu stören oder gibt es Potenzial drin. Und das ist wirklich so, je öfters du das gemacht hast, desto mehr kriegst du das Gespür dafür. Und dann ist man manchmal da einer, wo du sagst, was hast du gesagt? Und dann weisst du, okay, jetzt kann es 5, 10, 15 Minuten nacheinander gehen. Aber dann kannst du den Vater wieder aufnehmen von vorher? Bemendet mal, habe ich wirklich 15 Minuten gemacht mit einem und dann habe ich halt auf den Ablauf geschaut und habe gesagt, okay, die zwei Geschichten erzähle ich euch jetzt nicht, aber glauben Sie mir, es ist nicht so gut, wie das, was jetzt gerade passiert ist. Das ist super. Aber das ist mal so und bei anderen Sachen denkst du, hey, du gehst lieber drüber, weil wenn sie es 2, 3 Mal probieren, und nichts passiert, dann war der Antwerter, wie im Kino, war der Antwerter die drumherum und sag irgendwann mal, sie geht still oder merkt es selber, es bringt es nicht. Aber bei dir ist das ja besonders, wenn dann effektiv Leute reinschwatzen und die Leute kriegen es nicht mit. Das finde ich das Krasse. Also weisst, du siehst ja oft bei denen irgendwie, weisst du auch nicht so, wie heisst das, Frühstücksfernsehen und so, dort reden sie oft dann zurück zu der Regie und sagen, ja, ich muss mal mit der Regie gucken, okay, haben wir das schon bereit? Ja, mal schauen. Das wäre eh noch spannend, wenn du sagst, weisst du zwei Kanaltons, eigentlich könntest du vier Kanaltons machen, was alles so läuft. Man schaut Tagenschau oder Zähverzau und das sieht immer etwa gleich aus, wenn nicht gerade etwas schief läuft. Aber auch wenn etwas schief läuft, es wäre wirklich mal spannend, zu hören, hey, was geht alles ab? Da habe ich ständig irgendwelche Signale von der Regie, vom Produzent, Produzentin, andere, die sich eventuell noch einschalten. Und wenn man das mal transparent machen würde, dann würde man auch merken, warum zum Teil die Moderationsperson so verblüfft dasteht und einfach wartet, dass etwas passiert. Und am Schluss liegt es ja dann immer an dir, weil du ja es gesehen bist, logisch, logisch, vor der Kamera, oder? Und dort ist ja dann auch so eine Gratwanderung von schmeisst man jetzt jemand vor den Bus, wo man irgendwie sagt, ja, da ist irgendwie das und das schief gegangen oder anscheinend haben wir ein Problem und jetzt improvisieren wir halt. Ja, logisch. Wobei, ich bin da völlig, ich habe da glaube ich so eine perverse Freude. Ich finde das eben gerade noch lustig. Ich merke es auch, wenn ich selber schaue. Und eben die Leute, die sind so, die können das auch, die nehmen es mit Humor, die finden es ja selber auch lustig wenn man etwas schief läuft und ich finde es noch so eine echte Herausforderung. Was machst du mit so einem Moment? Ich finde es zum Teil auch wirklich komisch, also musst du aufpassen, dass du nicht einfach anfängst zu lachen, weil es ist so grotesk, oder? Wenn du das Gefühl hast, da läuft nichts im Moment, oder eben, sagst du etwas an und es kommt etwas anderes und dann sagst du das Nächste an, aber das ist dann das, was eigentlich ursprünglich ist, wenn du dann sagst, es ist wirklich, es türmt sich dann so auf und eigentlich willst du am liebsten sagen, hey komm, wir fangen einfach nochmal von neuem an, oder? Genau. Aber es kommt wenig vor, muss ich jetzt doch auch noch sagen. Tagesschau, wo fängt es jetzt einfach nochmal an? 10 vor 10? Zurück auf Feld 1, vergessen Sie, was bis jetzt gelaufen ist. Wobei, den Talk, macht ihr den live, oder? Als live. Es ist wirklich, wir machen 1 zu 1, wird er aufgenommen, sehr selten wirklich live um diese Zeit, das ist meistens, wenn es Aktualitätstriben ist, dass man sagt, wir müssen es am Viertel ab 10, 20, ab 10 machen, weil noch Neuigkeiten reinkommen, das haben wir jetzt vielleicht 3-4 Mal gemacht und sonst schauen wir, dass wir es am gleichen Tag einfach am frühen Abend, also es ist 5,5, 6 war, aber eben, wir schneiden nichts, wir strahlen es genau so aus, wie es gemacht ist, zum Teil auch länger, das ist dann eben das längere Problem und dann empfehle ich am Anfang so das Gefühl, also auch zum Teil ausländische Gäste, die sagen, ja, kann man den nachher noch mal anschauen, noch mal schneiden, Kommunikationsleute, die sagen, ich schaue dann noch, ob etwas nicht stimmt, also wenn jemand hinsitzt, dann sitzt er hin. Ich habe mir schon Notizen gemacht, bei Minute 12 haben wir einen kleinen, komischen Moment, den bitte weggenommen. da kommt der Chef nicht so gut rüber, das müssen wir vielleicht nicht so nehmen und so. Aber es ist ja nicht ein, ich sage gerade bei Wirtschaftsgästen, die sind zum Teil sehr, also wirklich sehr vorsichtig. Da kommt es immer natürlich mit dem Grund, es ist alles börsenrelevant, man kann sich keine Fehler leisten, aber mein Talk ist ja nicht so, sage ich jetzt mal, es ist kein Wirtschaftstalk, dass ich dann wirklich auf die Zahlen und die genauen Details eingeichte, also auch dort interessiert mich mehr den Menschen dahinter und wenn man das müsste schneiden, dann sind es nicht Menschen genug, oder? Ja, logisch, weil dann kannst du einfach sagen, schick mal eine Pressemitteilung, oder? Oder der Kommunikationschef soll gerade sein, der weiß es eben ist. Genau, aber hingegen bei den Newsformaten ist es ja immer live, live, live. Ja, ja. Also früher auch, als du korrespondent warst, hast du dich dazugeschaltet, Haken schaufe in der Zauferzehung, das ist einfach live. Das ist live und das hilft mir auch, eben so, dass das live gehen, dass du einfach weißt, so jetzt gilt es. Lustigerweise, es gibt ganz selten Fälle, wo du etwas voraufzeichnest, also das sind dann die Fälle, wo wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen, und das geht fast immer schief. Also das klappt fast nie beim ersten Mal, weil dann alle so der Mindset, ah, man könnte es ja dann nochmal machen, wenn es nicht stimmt. Und ich habe selten ein gutes Gespräch mit jemandem voraufzeichnet, wenn es auch live gegangen wäre, weil dann hast du wirklich das Gefühl, die live Komponente und jetzt gilt es und jetzt überlege ich mir nicht dreimal, was ich soll sagen. Also ich habe es auch als Korrespondent sehr mühsam gefunden. Sorry, kommen wir nochmal an. Ich bin ein bisschen lang. Ich komme nochmal an. Ich kann es wirklich übernehmen, dann lieber gerade live. Ja. Dann kannst du es gerade richtig verkacken, wenigstens so nicht. Irgendwie so, ah, ich habe jetzt ein schlechtes Gefühl oder sie haben das Gefühl irgendwie im Studio, ah, die Frage ist ein bisschen zu zögerlich gekommen und so. Also ich finde es total da, oh, für live, dann mach es doch gerade live, oder? Das habe ich mit allen Sachen, die ich immer gemacht habe, auch immer empfunden. Und vor allem, wenn es dann um die Bühne geht, ist es noch viel mehr. Also weißt, irgendwie, als ich noch Theater gespielt habe, also nicht zu streiten, aber eigentlich hast du es irgendwann mal gesagt, jetzt mach es mal. Und ich so, also jetzt spiel das mal so, wie wir gesagt haben. Und ich so, ich mache es ja. Und er so, nein, wenn dann Publikum dort ist, Premiere, weiss ich, machst du es, aber jetzt ist drei Wochen vorher, ich würde es trotzdem gerne mal sehen. Und das habe ich schon gemerkt, auch irgendwie, ich schreibe mega schlecht Material, wenn ich einfach in irgendeiner Kämmerli sitze, sondern wenn ich einfach eine Grundidee habe und auf die Bühne gehe mit der, dann passiert es, weil dann eben die Drucksituation da ist. Aber ist es nicht auch, du willst nicht zu früh irgendwie alles zeigen? Also ich habe das auch immer, ich habe nicht gerne Proben, also bei A-Leist, wo zum Teil Proben oder Sendungen, wo es dir genau das sagt, nein, komm, spiel es mal durch, oder was sagst du genau? Ich weiss es einfach noch nicht. Und du willst aber auch nicht irgendwie, ich habe dort auch so eine komische Charme, ich habe so das Gefühl, hey, wenn es live ist, dann ist es live und dann mache ich mein Zeugs. Aber irgendetwas zwei, drei Mal durchspielen, darum, ich finde auch Schauspieler, Schauspielerinnen, finde ich recht schwierig, dass die das jedes Mal wieder können und auch zuerst üben und ein Casting und so. Ich kann es gerne einfach eins zu eins und dann bin es auch ich. Ich habe es immer so, ich weiss auch, das Imposter-Syndrom, das Gefühl, das bin jetzt gar nicht ich, ich übe oder probe mich, aber ich sehe es ein, Technik braucht zum Teil also ein gewisses Vorproben, oder? Ja, beim Schauspieler ist es natürlich noch krass. Also Casting habe ich zwei Drei gemacht in meinem Leben und dort habe ich extrem die Live-Situation empfunden, weil dort ist es halt auch wirklich nur, also da kannst du auch nicht sagen, ah shit, sorry, warte, ich fange nochmal an. Sondern dort ist es, du läufst hinein, sagst Hallo und dann musst du halt spielen, was du musst spielen. Aber was ich oft schon gehört habe, ist, wenn du halt eben vor allem wenn du filmst oder so, dann hast du der eine Take, wo jetzt wirklich, da hast du jetzt alles rausgeholt und dann heisst es, ah sorry, was, Licht, jetzt mit Ton willen, oder? Wir machen genau. Licht ist ein bisschen schief gewesen, wir müssen es nochmal machen und dort ist es ganz schlimm, ist dann, wenn du irgendwie so die Pickups machst, wo es irgendwie heisst, du hast den Dialog von uns, hast du schon gefilmt und dann machen wir noch einen Close von dir und ich spiele aber trotzdem mit dir, aber ich bin ja nicht mehr im Bild, also bin ich dann halt auch so, ja ja und dann habe ich so und so gesagt und du hast das und das gemacht. Der andere sagt, hey du musst es geben. Ja eben, du musst es geben. Und so, joa, aber ich bin ja nicht im Bild. Das ist ein Scheissjob. Also, für mich ist es nichts. Also ich bin mega froh, haben wir das gestern schon mal eins zu eins durchgespielt. Das hilft mir auch sehr, dass ich jetzt weiss, wo das Gespräch hingeht. Ich weiss ja selber nie, wo es hingeht. Das finde ich noch echt cool. Hast du bei deinen Gesprächen immer ein klares Ziel, wo es aufhört? Nein, es gibt ja so viel, eben, Fernseh machen ist ja sowieso eine Kunst für sich und jeder macht es ja, wie es für ihn passt. Und natürlich gibt es ja so Regeln, oder? Es gibt ja immer die, die Regeln, du musst wissen, wo du aufhörst. Und du musst, du musst, der Schluss muss, muss klar sein. Finde ich jetzt nicht. Ich finde, der Anfang muss stimmen. Das ist so der Klassiker, auch bei Sondersendungen, bei, ja, bei einem Gespräch. Wenn der Anfang schon nicht geigt oder irgendwie verhaspelst du dich schon am Anfang, dann ist ein schlechter Groove drin, das finde ich auch nicht gut. Aber ich muss nie wissen, wo das Gespräch endet. Vielleicht endet es total überraschend. Ich habe so im Kopf so ein bisschen, ja, das könnte Schlussfrage sein. Aber ich habe das immer so, so den Klimax, okay, es muss bei dieser Frage enden, finde ich nicht gut. Weil vielleicht sagt, mein Gast mir dort etwas, wo ich gerne nochmal nachfragen oder nachstossen dort. Und darum, es würde mich jetzt zu fest beschränken. Aber ich kenne Leute, die sagen, hey, ich muss den Anfang fix haben und den Schluss. Und alles dazwischen kann irgendwie variieren. Ich finde, der Anfang muss eben, es darf nicht zu peinlich sein. Aber, nein, ich bin recht am Improvisieren, aber es merkt man wahrscheinlich auch. Es ist dann manchmal mehr und weniger gelungen, muss man ehrlich sagen. Ja, aber es macht das Ganze, es macht das Ganze ja auch menschlicher. Ja, logisch. Also, ich habe zum Beispiel das Gefühl, im Vergleich zu anderen Talksendungen, ist bei Gredik direkt, bist auch du trotz allem spürbar. Du bist sicher journalistisch, aber du als Mensch bist trotzdem ein bisschen auch da. Ja. Und nicht nur so eine knallharte Fragemaschine. Das war wirklich das Konzept von Anfang an, was die Leute, glaube ich, zum Teil bis jetzt nicht checken. Also die Leute, damit meine Kritikerinnen und Kritiker, dass man wirklich, das ist eine bewusste Entscheidung, wir machen das, also das Gespräch eigentlich wie wir zwei. Ich möchte das, ich möchte so wie ein, es stimmt, es stammt, es stöhnt immer so abgriffen, aber irgendetwas, was man normal in einer Beiz könnte haben oder an einer Bar oder man trifft jemanden an einem Fest oder an einer Hochzeit und redet dann einfach miteinander. Und ich hatte das Gefühl, das wäre so das, was ich am liebsten würde machen. Also authentisch, ich wie ich bin und der Gast hoffentlich auch so, wie er ist und wir reden eine halbe Stunde miteinander. Und das beinhaltet auch, dass ich mich eingib, nicht zu viel. Das finde ich auch immer mühsam, so die Selbstdarsteller, wo es dann plötzlich kippt. Ja. Das habe ich auch nie wollen, aber so ein gutes Miteinander und das höre ich auch viele von den Gästen, das ist jetzt wie ein Gespräch, das ist genau das, was ich wollte. Es ist kein Interview. Genau. Es ist kein Frage-Antwort-Spiel und man merkt auch irgendwie, wenn die Gäste das erwarten, dann sind sie meistens auch nicht so gut. Also wenn wirklich das Gefühl, das ist jetzt ein Interview wie sonst auch, ich tue einfach meine Phrase loslassen und bin irgendwie nicht bereit, mich auch mehr zu öffnen, dann merke ich zum Teil nach einer Viertelstunde, das bringt da nichts. Weil ja oft bei Leuten, die in den Medien zu tun haben, ohne dass sie in den Medien arbeiten, sondern sie müssen ab und zu Fragen und Antworten stehen, dann gibt es ja auch so zwei, drei Grundregeln, you don't answer questions, you handle questions. Ja. Dann ist schon klar, wenn diese Frage kommt, dann weicht man irgendwie da durch und hat dann irgendwie am Schluss doch noch das Mantra schön präsentiert und die drei Phrasen, die man immer sagen will. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, bei einem Gespräch gehst du ein bisschen weg von dem, sondern es wird effektiv sich unterhalten und die Menschen sind auch spürbar. Und mit allem, was zu einem Gespräch dazugehört. Das ist auch so, wir haben auch schon irgendwie Mails bekommen, es ist so, der Gretik hat sich zum Teil versprochen oder er hat ein bisschen viel Ass drin und so und ich nehme das Gefühl, aber so rede ich mit dir. Wenn ich mit jemandem rede, dann weiss ich auch nicht, wo es hingeht, dann muss ich mir auch mal etwas überlegen, dann stocke ich vielleicht auch mal, dann gibt es jetzt einen oder anderen auch. Aber wir haben ja so einen Anspruch an ein Interview oder ein Gespräch im Fernsehen muss dann wirklich wie in Stein gemeißelt und dass wir uns müssen Aussagen sein, die direkt und sofort und wirklich ohne jegliche Versprechen kommen. Wir Schweizerinnen vielleicht eh noch mehr. Also ich habe auch deutsche Gäste gehabt, wo das tatsächlich so passiert. Also eine Lisee-Karte, mit der du zwei Stunden reden kannst und es kommt jeder Satz wie geschrieben und wirklich wie gedrückt. Wo ich das Gefühl habe, ich habe höchsten Respekt vor so jemandem und es ist nicht auswendig gelernt, es ist wirklich die Rätzung. Und sie ist auch, sie finde ich spannend, weil sie ist ja wirklich grundsätzlich die Kunstfigur geworden. Eben auch in einem Talk. Ich weiss nicht, ich weiss nicht, wenn es zwei Stunden würdest du machen, eben vielleicht. Aber... Nein, ich glaube, ihr das wahre Ich lernst du auch nicht kennen. Aber es ist ja ganz bewusst. Wo wir mit ihr zusammengeschafft haben, wo wir gesagt haben, jetzt drückt es vielleicht mal schnell durch. Okay. Aber jetzt hörst du natürlich auch von, keine Ahnung, Helene Fischer. Es ist auch eine Figur geworden, die einfach so eine Rolle ist. Ja. Und die kann ich einfach, ich glaube, ab dem Moment, wo du aus dem Haus gehst, vielleicht nicht mal mehr dann, vielleicht auch daheim. Das habe ich nie wollen. Dann mache ich lieber mal noch ein Äh zu viel oder eine Pause. Aber das ist wirklich so eine... Ich glaube, wir haben zum Teil auch eine falsche Vorstellung von eben, wie muss ein Gespräch sein? Und wie wir jetzt, ja? Keine Ahnung, wo es durchgeht, wo es endet. Mal ein Äh, mal irgendwie eine falsche Fährte, mal ein völliger Quatsch. Aber das ist das... Mal eine grundtiefe Beleidigung. Liegt alles drin. Liegt alles drin. Nein, ich... Also, so rede ich mit Leuten. So rede ich mit den Leuten da in der Beiz. Und darum, es muss jetzt nicht ein Beize-Gespräch sein bei uns. Also, ich, 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 ich tue mich vorbereiten und bin hoffentlich gut irgendwie auf den Gast eingestimmt. Aber ich lasse mich ja immer wieder gerne überrascht. Ja. Und das, das finde ich eigentlich auch an, 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 wie will ich sagen, an deiner Figur, nicht einmal Figur, an meiner Rolle. Ja, deine Rolle, deine öffentliche Person. Finde ich natürlich eine spannende Transition, weil der News-Mensch, der hat ja früher eigentlich keinen Charakter gehabt. Da hat man eigentlich gar nicht gespürt und hat man auch nicht wollen, dass man das spürt. Und, und mittlerweile, es ist ja fast nicht möglich, eben aufgrund von allen Medien, die es gibt. behaupte ich, eben entweder bist du schon immer so eine Kunstfigur gesehen, dann, dann kannst du das vielleicht auch durchziehen und sonst muss irgendwann ja auch der Mensch spürbar werden. Ja, logisch. Und, und ich denke dann halt immer, eben im angelsächsischen Raum hast du auch, was weiss ich für News-Menschen, und die gehen dann auch mal in eine Late-Night-Show und, äh, die sind, die sind auch einfach mal entspannt, so. Ja, ja. Aber die Wandlung, die Wandlung ist bei uns jetzt gerade. Die ist noch dran. Ja. Und die Leute haben noch zum Teil ein bisschen Mühe. Es gibt ja andere Beispiele, also die Angelique Beldner, die Tagesschau und, und 1 gegen 100 macht. Also das ist dann nochmal ein, ein grösserer Schritt. Das ist der Info und Unterhaltung, ähm, News und Quiz. Das, das ist ein Spagat. Das, was ich mache, ist auch ein Spagat. Und die Leute haben am Anfang vielleicht auch ein bisschen Mühe mit dem gehabt, weil es einfach gehört, der Gretig ist einfach, der hat den Stempel, der ist, der ist ein News-Mensch, der ist ein, der hat Tagesschau moderiert, der ist ein Korrespondent gewesen, er moderiert es 10 für 10. Das ist doch komisch, wenn der noch einen Tag dann eben macht und dann ein bisschen anders ist. Ähm, aber wie du, wie du sagst, also im, 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 im Ausland gibt es das. Also, also, gerade im angelsächsischen Raum, ja, ist ein Journalist ein Journalist und dann macht er verschiedenste Sachen. Ich finde auch ein Markus Lanz, der hat ja auch irgendwo durch ein Beides. Da habe ich auch das Gefühl, er hat einen so kleinen News-Ansatz, aber gleichzeitig scheut er sich nicht in seinem Talk vielleicht auch mal ein bisschen gesellschaftliche Unterhaltungsthemen anzusprechen und dort sind wir, glaube ich, schon noch nicht so weit, dass wir wirklich noch, wir sind noch sehr verhaftet in dem vielleicht Paul Spahn, Leon Huber Nachrichtensprecher Format, oder? Und der muss so sein. Ja. Und wenn jemand ein bisschen ausbricht aus dem, dem ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt. Ja, vor allem Nachrichtensprecher, äh... Wo man ja nicht gerne hört. Eben, äh, habe ich, habe ich, habe ich, aber man schreibt es heute noch. Habe ich auch schon gehört von Kollegen, dass, 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 das, das ist eigentlich das Einzige, wo man nicht darf sagen. Also, wo man nicht darf sagen. Ja, also, weisst du, wo man nicht hört. So. Die Medien schreiben es ja immer und lustigerweise wirklich auch Medienjournalistinnen und Journalisten gerade bei Printtiteln. Und ich habe manchmal das Gefühl, sie machen es auch ein bisschen extra. Sie wissen es ja. Sie wissen es ja, den Unterschied. Und ich bin da nicht so dünnhütig. Andere sind es mehr. Aber ich finde es auch, dass ein Sprecher, das ist die ARD. Das ist ein Nachrichtensprecher. Der nimmt seine Texte entgegen und die sind meistens ausgebildete Schauspielerinnen Schauspieler, darum reden sie auch besser als wir. Ähm, und, und lesen den Text vor, den sie aber nicht geschrieben haben. Und wir lesen unsere Texte vor, die wir selber geschrieben haben, erarbeitet haben. Und darum sind wir Moderatorinnen und Moderatoren und nicht einfach Sprecher. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen ein Sticheln zum Teil. Ja, und die Leute können es ja wahrscheinlich, also jetzt, klar, die müssen in den Medien arbeiten schon, aber sonst können sie sie auch nicht unterscheiden, weil sie finden, das ist eine Nachrichtensendung und es steht jemand dort und das ist eine Nachrichtensendung und es steht jemand dort. Also ich werde auch nicht wütig, wenn mich auf der Strasse jemand sagt, sie sind doch der Nachrichtensprecher. Nein, Moment. Moderator, bitte. Ja, und ich muss korrigieren. Ja, nein, aber das ist so etwas, wo, ich glaube, das kommt aus dieser Tradition. Der Sprecher, die Sprecherin, die ist einfach im, ein bisschen, oder er im zu engen Schöpli, einfach sitzend an einem Tisch und listet der Nation einfach die Meldungen vom Tag vor. Aber das ist längst nicht mehr so. Was ich sehr schade finde, ist, dass es nicht mehr so Programmsprachen gibt. Ansägerinnen. Ja. Oder Ansäger. Es wird ja auch Männer gegeben. Stimmt. Und das nimmt man doch dann so ironisch immer mal wieder auf. Und mittlerweile, das schaut sich ja auch wie eine Realsatire. Es ist wirklich, es ist total lustig. So geil. So Rosmarin Flüger. So, jetzt kommt dann das und dann kommt das. Wobei ich auch gemerkt, die Angländer machen es effektiv noch, aber ohne Bild. Ja, genau. Die tun immer über irgendeinen Trailer abspannt, was als nächstes kommt. Genau. Ich finde es einfach gar nicht so schlecht. Müssen wir mal überlegen, ob man das nicht auch müsste einführen. Ja, weil es ist eigentlich, ich finde es immer komisch, wenn in der Sendung auf die nächste hin gewesen wird. Ja. Weil das ist, das merkst du zum Teil ja auch, das scheisst die Leute jetzt auch an. Oder so. Ja, jetzt muss ich noch auf irgendeinen komischen Film hinweisen. Ja, ja. Vor allem so beim Sport, denke ich es immer, wenn es irgendwie lange Champions League Nacht gibt. Und jetzt kommt noch am 1 Uhr Morgen. Jetzt kommt noch ein Rosamunde-Pilchen. Da siehst du es manchmal so ein bisschen so. Ja, also, in dem Fall. Schauen Sie das an! Nein, ist es grotesk. Oder gehen Sie komplett? Es ist wirklich grotesk. Aber was musst du ansagen? Oder eben irgendein Film. Also ein guter Film sagt man ja gerne an, aber wenn es irgendein Quatsch ist. Ja, vor allem irgendwie, ich habe es kürzlich mit jemandem davon gesprochen, aber wieso laufen denn überhaupt schlechte Filme am Fernsehen? Und ich sage, Wieso laufen schlechte Filme am Fernsehen? Ich hätte gefragt. Es ist eine berechtigte Frage. Und also meine Antwort ist gesehen, weil es gibt, klar gibt es gute, aber es ist erstens Geschmackssache, oder? Manchmal findet jemand eine blöde Komödie lustig und das gefällt jemand anderem gar nicht. Also brauchst du ja dort schon mal ein bisschen abdeckig. Und andererseits ist es natürlich, wie bei vielen Sachen, du kriegst den Blockbuster-Film nur, wenn du halt ein Päckchen kaufst mit drei, vier anderen Filmen, die jetzt nicht so geil sind. Nur ist der Blockbuster-Film dann wirklich auch gut? Das ist dann die andere. Das ist dann eben auch die andere Folge. Genau. Teil 15 von einer Marvel-Serie. Du sagst fünf Jahre im Fokus, also den nehmen wir und du weißt gar noch nicht, wie der wäre. Ja klar. Aber viele Filme sind schlecht. Ich merke, dass ich jetzt wirklich mit... Wo wir Netflix und Sky zu Hause haben, auf den ersten Blick hast du das Gefühl, es ist unglaublich, oder? So lässig. Aber wenn du wirklich mal durchscrollst und du wirst, sagst, es hat unglaublich viel Schrott. Ich habe ja nur das Gefühl, im Fernsehen hätte man vielleicht dann noch bessere... Ich glaube auch nicht. Nein, wahrscheinlich auch nicht. Ja, nein. Also was ich natürlich gespannt finde, ist das Phänomen eben zum Beispiel Netflix-Filme, wo wirklich klar zusammengeschustert werden aufgrund von irgendwelchen Streaming-Bedürfnissen. Und mittlerweile hast du so viele einfach irgendwie so 30-jährige, gut aussehende Schauspielerinnen und die haben aber alle so irgendwie, was sind sie, keine Ahnung, Neuro... Neuroscientist und sie machen weirde Experten. Ich habe irgendeinen Trailer gesehen mit dem Hemsworth. Da ist so der crazy Professor. Den habe ich sogar gesehen. Hast du den geschaut? Ja, den habe ich gesehen. Wie heißt der? Ja, ja, ja. Und er macht so... Nicht Spider, was hast du gesehen? Ist Spiderweb? Irgend so etwas. Ja. Nicht Spider-Man, logischerweise, aber... Ein bisschen weird. Aber den habe ich sogar noch fertig geschaut. Schau jetzt. Aber eben, das ist der Hemsworth. Ja, ja. Er ist zu tot trainiert, sodass er irgendwie 18 Stunden am Tag da sein komisches Forschungsprojekt macht. Stimmt, wenn ich jetzt einen Forscher mit jemandem setzen würde, wäre nicht er die erste Fall. Sagen wir mal so. Und was haben wir geschaut? Greyman, den haben wir geschaut. Das ist mit wem? Ryan... Ah, ja, ja, ja. Gosling. Ja, genau. Ein von der 100 Chris. Und irgendwie... Ach, wie heisst sie? Sie ist jetzt auch in jedem Film. Und das ist ja so gewesen. Irgendwie was. Keimagent. Ja. Und sie sind einfach an 37 Locations. Und... Und du fragst ihn, hey, wie kommen die dorthin? Genau. Das ist lustig. Ich schaue viele Filme mit meinem 12-jährigen Sohn. Ja. Und dann fragen wir uns auch so, hey, Logik. Klar sind die Filme nicht viel Logik gemacht. Aber wenn mein 12-jähriger Sohn sagt, du, fast and furious, wie bringen die eigentlich alle die Autos immer wieder an die neue Location. Das stimmt, oder? Irgendwie sind sie irgendwo in Puerto Rico. Ja. Drei Tage später Singapur. Geil. In der Strasse von der Innenstadt. Mit diesen Wagen und mit diesen Waffen und so. Es ist wirklich... Wir verblöden immer mehr, weil die Logik überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ja. Aber Hauptsache, hast du einen Vin Diesel oder einen Ryan Gosling dabei. Genau. Und das finde ich schon ein spannendes Phänomen. Und beim Kino hast du das noch ein bisschen weniger. Mhm. Aber bei den Netflix Filmen, auch in der Comedy, heisst es jetzt oft, eigentlich musst du dein beste Material ganz am Anfang bringen von einem Netflix Special, damit die Leute höchstens im Schnitt 20 Minuten, eine halbe Stunde schauen. Ah, okay. Damit sie nicht gerade wegschalten. Also sogar die Specials, die werden extrem aufgebaut und dass man weiss, wann ist die Erwartung am höchsten und das Füllmaterial kommt dann wirklich am Schluss. Ja. Und das finde ich natürlich eine Katastrophe, weil es ist genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt mir ausdenke, wenn ich ein Programm auf die Bühne bringe. Oder, wo ich dann so finde, ja, du musst stark anfangen, klar, aber wahrscheinlich nicht mit dem stärksten Zeugs überhaupt und dann auch nicht 30 Minuten lang oder 20 Minuten lang, sondern, du fährst mal an und dann musst du Sachen einführen. Wie ein Film halt. Das finde ich aber noch spannend. Weisst du denn, was dein stärkstes Zeug ist? Hast du von dir selber nicht das Gefühl, es ist alles sackgut und sackstark? Also würdest du sagen, das ist jetzt ein bisschen ein schlechterer Gag? Ja, aber die habe ich zum Glück nicht mehr drin. Früher hast du das gehabt. Früher hast du Füller gehabt. Ja. Du musst ja irgendwie auf die oben füllendes Programm kommen. Ja. Und ich weiss nicht, im eigentlichen Programm hatte ich so eine Nummer. Ich sage jetzt nicht welche, aber jedes Mal, wenn ich gewusst habe, jetzt kommt das. Oh nein. Ach. Vielleicht. Aber das überdreht sich ja dann auch. Dann bist du so, Shit. Jetzt gehst du schon nicht dahin. Genau. Und jetzt mache ich das blöde Ding und irgendwie äh. Weisst du? Und ja, ich weiss nicht, ob es die Leute bewusst merken, aber irgendwie einfach, das verhebt dann halt nicht. Und das sind so eine, eben so eine klare Filler. Jetzt bin ich mir sehr bewusst, was ich zum Beispiel im aktuellen Programm habe, ist, am Anfang sind es, ich sage jetzt lockere, schnelle Sachen, damit du mit reinkommst und so ein bisschen Lachen-Kadenz kriegst. Und das machst du aber 10, 15 Minuten und dann kannst du zum ersten Mal eine längere Geschichte erzählen. Und das ist eigentlich so dramaturgisch gesehen, für mich macht das Sinn, weil zum Beispiel bei einer Mixed Show hast du auch so 15, 20 Minuten Auftritt und dort könntest du jetzt einfach nur ballern. Aber oberfüllend nur ballern, immer kurze snappige Dinge, da werden die Leute auch miet. Ich wollte gerade sagen, ich finde es extrem anstrengend, also gerade so die Kalauer-Geschichten, ich finde zum Beispiel bekennend, ich finde den Peach Weber hätte so eine Gag-Dichte, die unglaublich ist, oder? Und wir sind früher als Kind wirklich jedes Programm schauen. Und dort habe ich als Teenager und noch jünger wahrscheinlich durchgegeln können. Und mittlerweile, ich merke dasselbe, wenn ich die Comedy schaue, ich bin so unglaublich schnell müde, weil ich das Gefühl habe, ich mag dann auch nicht mehr irgendwie bei jedem Gag wollen oder müssen lachen. Und eben gerade bei einem Peach Weber, der ja nur aus Gags besteht, der macht ja nicht die längeren Geschichten und tut etwas noch so ein bisschen hinführen, sondern das kommt zack, 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 zack. Und ich frage mich dort schon auch, hey, mögen die Leute das einfach durch? Aber bei Peach hat natürlich trotzdem das Element Musik. Ja, das stimmt. Und das ist immer ein klarer Switch. Also irgendwie, ich habe gestaunt, als ich vor 20 Jahren das erste Mal den Marco Rima live gesehen habe, habe ich gemerkt, oh der singt noch dazwischen. Weil ich immer dachte, es ist nur Nummer an Nummer, oder? Und dann kommt wirklich ein Song und der muss dann zum Teil gar nicht lustig sein, sondern es geht wirklich mehr darum, eben schnell das Hirn zu resetten. Aber cool, oder? Das ist so der... Ich habe früher so eine Art Late-Night-Show gemacht, im Theater. Und dort habe ich immer gemerkt, da haben wir immer Musikgäste gehabt, und die haben können einen saudraurigen Folksong singen. Drei Minuten. Unglaublich traurig, alle sind still. Und nachher ist gerade das ganze Energielevel vom Publikum, beim nächsten Lacher, ist einfach gerade wieder irgendwie so 20 Prozent höher gewesen. Das ist ja klar. Eben, es ist ja das... Ich weiss auch nicht, wie man das nennt, aber irgendwie so Gas geben und bremsen. Tension Release, wie auch immer. Und dort sehe ich halt eben so die Chance, mal etwas Längeres zu machen, mal eine Geschichte, mal etwas Persönlicheres, wo effektiv es jetzt nicht darum geht, zu lachen, zu lachen. Und das ist dann halt, eben, schwierig zu definieren, ob das jetzt stark ist, aber es ist sicher nicht etwas, das am Anfang gesetzt ist. Ah, okay. Also ja. Das ist spannend. Also ich schaue wirklich, ich schaue auch bewusst so, eben gewisse Sachen an. Ich bin auch ein grosser Ricky Gervais Fan, ich finde den wirklich wahnsinnig gut. Aber auch dort eben, wenn du ein Special schaust, ich habe nach einer Stunde, habe ich wie so das Gefühl, und darum sind die auch meistens nicht länger, oder? Ich mag nicht mehr. Also es ist so, bist du wie ausgelacht? Ja. Was eigentlich noch tragisch ist? Irgendwann ist fertig lustig. Der Ricky Gervais, habe ich früher noch geliebt. Ja. Jetzt, 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 jetzt ist man ein bisschen zu oft in so einer, in so einer Spirale von immer das Gleiche. Nochmal das Thema und nochmal. Logisch. Und es ist ein Komiker, der sich sehr oft wiederholt. Eben, er hat, er hat wirklich ein, er hat eine gewisse Technik, auch Humortechnik, finde ich, die nicht mehr überrascht irgendwann. Ja, ja. Er ist einfach, er ist so, er ist so präzise und irgendwie auch, auch, ja, das ist auch sein, ist sein Stück, oder? Also da wirklich so ein bisschen der, ja, der, der sich um nichts flirtiert. Ja, ja. Ich finde jetzt, seine Serien werden immer schlechter, das muss ich auch sagen. Aber auf der Bühne ist er schon sackstark, finde ich sehr gut. Ich, ich habe ja, Extras, habe ich eine von den geilsten Serien auch gefunden. Wunderbar, wunderbar. Also ich habe wirklich, Office Extras, habe ich sehr gut gefunden. Ähm, Was hat er dazwischen gemacht? Ist nochmal etwas gewesen? Also, und jetzt... Sie haben dann noch einen Film gemacht. Ja, Film ist Rente. So eine, so eine, so eine, eigentlich so ein Jugenddrama. Ähm, ich habe so ein paar Jugendliche, wo irgendwie so ein bisschen ausserhalb von, von London, äh, Ich weiss, wer das meinst, aber in einer blöden Vorstadt wohnen. Ja, ja. Es ist alles nicht so toll. Ja. Es ist alles sehr englisch. Ja. Ich habe ihn mal getroffen, Hamsted. Ja. Ja, ja, in der Nähe von uns gewohnt. Und eben der Klassiker, ich bin auch, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Ich weiss, die nervt und so. Aber ich habe mir da wirklich kurz überlegt, hast du ja im Laden gewesen mit mir, kurz überlegt, sprichst du ihn an oder nicht? Ja. Ja. Aber ich habe es dann lassen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, und am Schluss eben, am Schluss ist irgendein, ein schlechtes Gespräch mit dem, und dann, das hätte es dann auch nicht gebracht, oder? Ich hatte das Gefühl, gewisse Leute musst du ja gar nicht ansprechen. Ich hatte das mit dem John Mulaney in New York. Und zwar laufe ich durch New York, und dann sehe ich, sehe ich so eine französische Bulldogge, und ohne Scheisse, ich schaue die Bulldogge an, und ich habe das Gefühl, ich kenne die. Und dann geht es eine Sekunde länger, und dann buckt sich einer mit irgendwie so verwaschenen Jeans, und ich glaube, in der Hoodie oder so, und läuft der Hund auf, und schaut mich in diesem Moment, auch wirklich, über die Distanz schaut mich an, und ich merke, fuck, das ist John Mulaney. Und darum habe ich auch den Hund gekannt, weil ich habe ja auch schon Bilder von diesem Hund gesehen, dass der Hund erkennen kann, ist schon absurd. Dann schaust du also viele Bilder an. Dann bist du sehr... Naja, aber es ist natürlich ein Sekundenbruchteil, vielleicht habe ich das nachträglich mehr. Aber hast du auch nicht gesagt? Nein, dann bin ich, ich bin wirklich erfahren, weil ich wirklich so gedacht habe, shit, oh mein Gott. Und dann habe ich so, wie so ein, wie so ein schlecht programmierter Roboter. Dann habe ich immer so, nochmal zweimal zurückgeschaut, und, und, er ist irgendwie, er ist, glaube ich, ein bisschen schluss gewesen, wegen dem Hund und so. Und dann habe ich dann nachträglich gedacht, dem hätte ich jetzt einfach sagen, hey, los, ich mache eine Comedy, danke vielmals, ich finde die grossart. So, und dann einfach wieder abhauen. Ja, ja. Das habe ich mir nachträglich, aber ich hätte nichts sagen können. Aber wahrscheinlich gehört das auch 50 Mal pro Tag, oder? Und irgendwann mal stumpf scharp, oder hast du das Gefühl, ja, er lässt mich einfach in Ruhe. Also ich höre es nie. Nein. Hey Joel, du machst jedenfalls einen super Job. Nein, aber es gibt schon Unterschiede von irgendwie, im Comedy Store in L.A., habe ich zwei, drei Leute schon gesagt, wenn sie irgendwie ein cooles Set gemacht haben, und du merkst irgendwie, es freut sie doch. Weil ich merke auch, das freut mich. Und das ist, glaube ich, das einzige, was man nachher hören will. Ja, ja. Und ihr seid ja so, wie eine Familie und so. Also wenn ich, wenn ich jetzt zu einem hingegange, eben dann ist das, ja, das ist es einfach so ein bisschen der Fanboy. Und da habe ich auch das Gefühl, eben genau so habe ich es dort gehabt, habe ich das Gefühl, ja, was soll ich jetzt da? Ja, ja. Ja, ja. Ich finde, ich finde es mehr spannend, wie Leute dann, eben aufgrund von so etwas, irgendwie, ja, dann habe ich ihn im Laden gesehen, und dann hat er, der hat ihm jetzt schnippisch Danke gesagt. Das ist ein Arschloch. Ja, ja, genau. Echt, das ist ja der Ding, der Fluch von, eben wenn die Leute dich kennen. Ja. Sogar da, oder? Was, 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 und so. Also ich bin jetzt nie, ich glaube, ich bin nie schnippisch, oder, aber manchmal hast du jetzt einfach nicht so Lust. Ja, ja. Zu reden. Also das geht uns ja allen so. Aber dann nimmt man immer im Hinterkopf zu haben, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen, eben das ist der einzige persönliche Austausch, wo die, wo die mit mir haben. Ja. Ja, und wenn es dann bleibt irgendwie, leck, ist der, ist der unsympathisch oder, äh, irgendwie hässig, dann... Ja, aber sie, aber sie haben ja dann die Erwartungshaltung, ähm, es nehme ich an, ist jetzt bei dir nicht anders, wenn du, äh, seit Tagesschau, wenn du halt wirklich, fast täglich zu Leuten schwätzt, dann haben sie natürlich die Erwartungshaltung, dass wenn sie dich sonst nicht mehr sehen, Ja, klar. dass du dann auch zu ihnen schwätzt, oder? Ja, ja. Weil sie haben ja das Gefühl... Ja, ja. Und das Intime, also ich glaube, das, 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 das unterschätzt man zum Teil, wenn, 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 du bist ja nicht auf einer Kinolinewand, oder du bist nicht auf einer Bühne, sondern du bist, du bist sehr nach, also du bist über den Fernsehschirmen, zum Teil in den Stuben, wo die Leute halt immer Fernsehen schauen, im Bett, auf dem Bildschirm, ähm, dann hast du den Rahmen, also auch in meiner Talkshow, wo relativ, eben, sehr, eigentlich so ein intimer, eins zu eins Rahmen ist, ich glaube, das überträgt sich dann auch, dass die Leute fühlen, ja, der, der, der ist mir näher, äh, also jetzt vielleicht irgendwie, der, äh, der Chris Hemsworth, um nochmal irgendwie eine Parallele zwischen dem und mir, sehr ähnlich, die habe ich auch gesehen, das habe ich auch gesehen, ja, also das, das finde ich, das unterschätzt man, und darum glaube ich es eben auch, also manchmal, du wirst das manchmal auch hören, oder, dass das so, hey, wir kennen uns doch von irgendwo, und dann wissen sie nicht von wo, und dann kommt irgendwie die ganze, der ganze Sermon mit... Uh, was machst du denn, wenn... Oder sind wir nicht zusammen im Militär? Ja, ja, genau. Das ist, das ist die, die Szene Nummer eins, wo, das, das macht meine Frau so hässig, weil, nein, nicht hässig, aber sie findet sie so lustig, dass ich spiele es dann ja jedes Mal durch, weisst du, also wenn, wenn jemand kommt und sagt, ah, ah, sind wir jetzt auch mit der Schule? Ja. Dann sage ich, äh, dann sage ich manchmal so, äh, weiss nicht, also wo bist du in der Schule? Obwohl ich weiss, irgendwie zu 90 Prozent, nein, der, der kennt mich jetzt einfach aus dem Fernsehen. Ja. Und dann sagt, nein, nein, das kann es nicht sein, äh, äh, Militär, wo hast du Militär gemacht? Und dann sagt meine Frau immer, hey, sag's doch, das ist ja offensichtlich, dass der nie mit dir in die Schule ist, oder Militär. Und ich sage nicht mehr, ey, ich weiss es ja nicht. Mhm. Noch peinlich wäre, du kennst mich aus dem Fernsehen, nein, wir sind zusammen in die drei Klasse, zu der Fräulein Müller, was? Du nicht so arrogant. Ich, ich habe, bei mir im Umfeld, sagen es denn die Leute für mich, weisst du, wenn es irgendwann zu lang geht, sagen sie, äh, er macht Comedy, oder vielleicht kennst du ihn von dort, früher schon? Ach, ich meine, weisst du, sie machen es prophylaktisch, dass auf die Leute, gell, du kennst mich, weisst du, wer er ist? Einen von denen gibt es, das sind die allerbesten. Und? Du, ist er! Ja genau. Und einen grossen Applaus. Mit meinen Kollegen haben wir, früher haben wir so, weisst du, Challenges, ganz dumm, irgendwie so fünf Stunden, dass du das und das machst, oder? Und der eine, das war ein Schauspieler, und dann sind wir an einer Party gesehen, und ziemlich getrunken, und dann sind wir beim Stadelhofen noch in McDonalds, am 3er Morgen, und dann habe ich dann irgendwie fünf Stunden geboten, dass er dort hineinläuft, und da sind ja wirklich nur Teenager und, äh, als Schauspieler gesehen, in der Kinderserie, die wir gemacht haben, dass er dort hineinläuft und sagt, Hallo Fans! Nein! Du bist! Der eine Produzent ist dabei gewesen, so, Nein! Du machst das nicht! Das war ein riesiges Ding! Und dann ist er tatsächlich reingelaufen, Hallo Fans! Aber es hat nicht mal jemand sich unterhalten! Einfach nichts! Du musst auf TikTok sein, dass du es irgendwie hast, dass irgendwelche Reaktionen bekommen! Das finde ich grossartig! Ich habe jetzt gesehen, auf TikTok gibt es einen neuen Trend, dass die, die ein Selfie machen wollen, das filmt dann die Person, die auf TikTok ist, auch noch! Ja! Das gibt gerade wieder Content! Ja, genau! Da kommt jemand und sagt, darfst du ein Selfie machen? Dann machst du ein Selfie-Video von wie du ein Selfie machst! Grossartig! Super! Das ist eine wunderbare neue Welt! Ja! Aber wegen der Intimität ist es natürlich schon spannend! Meine Grossmutter, die lebt jetzt leider nicht mehr, aber du bist ihr absoluter Favorite gewesen! Ja! Das freut mich natürlich! Absoluter Liebling! Sie hat immer gefunden, der ist sicher sehr nett! Jö! Das ist unherzig! Ich höre das ja manchmal, nein, ich höre es noch recht viel, also das ist natürlich auch wegen der Altersstruktur von unserem Publikum, sind es eher ältere Leute, das ist so! Aber es ist wirklich, und das darf man auch nicht irgendwie kleinreden, ich glaube, was mir zum Teil für die Menschen auch bedeutet, eben gerade Ältere, ich hatte auch eine wunderbare Grossmutter, 96 geworden, und sie hat seit dem Schluss einfach wahnsinnig viel Fernsehen geschaut, eben aus der Natur der Sachen, du bist viel zu Hause, und für diese Leute bedeuten wir eben schon noch ein wenig mehr, als jetzt einfach die, ja, ist jetzt irgendwie ein Gesicht am Fernseher, und ich bin mir dem auch bewusst, also ich finde es total schön, auch die Rückmeldung, die man bekommt, und wie du, ich höre es ganz viel, dass die Leute sagen, hey, meine Grossmutter schaut dich so gerne, oder, 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 kannst du nicht irgendetwas für sie schreiben, oder so, und ich finde es total herzig, also es ist auch unser, eben, es ist so etwas unser Standpublikum, wo wir, wo wir auch nicht vergessen dürfen, weil die, die haben ein enormes Bedürfnis auch, abgeholt zu werden, und das versuchen wir ja auch. Ja, und ich glaube, ich glaube, was ich spannenden Aspekt finde, ist beim analogen Fernsehen ja gleich auch die Struktur und Regelmässigkeit, wo ich das Gefühl habe, das ist ein von den Gründen, warum analoges Fernsehen nie ganz wird verschwinden. Ich glaube, ja. Also weisst du, es wandelt sich, und eben eh, alles, was live ist, hat absoluten Grund, warum es live ist, aber schon nur zu wissen, dass immer am 10 vor 10, 10 vor 10 kommt, oder? Immer zu wissen, dass am halb 8 die Tagesschau kommt, und so weiter und so fort. Und eben, wer ist es heute? Aha! Und irgendwie, dass das wird, so ein grosser YouTube-Fan ich bin, wird das nie ganz wegfallen. Weil dort kann ich mal sagen, ich habe jetzt Bock auf das, und ich habe Bock auf das, aber, aber ich glaube, für viele Leute ist es auch wichtig, dass man auch in Begleitsachen eine Struktur hat. Ja, natürlich. Und wir brauchen so, wir brauchen so Pfeiler im Leben. Genau. Die Jungen vielleicht ein wenig weniger, ich weiss es im Fall auch nicht. Und das, äh, 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 ernsthafte, irgendwie, Werbe- Plattform, dafür das SRF. Das merkst du auch. Also wenn du irgendwie, gerade jetzt im Moment, und mit der Krise, und mit dem Krieg, eben die Leute kommen, und sie wollen, sie wollen wissen, wo stehen wir, und, 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 wollen sich an gewissen Gesichtern, die sie kennen, irgendwie, weiter informieren. Und, und das ist eine total wichtige Form, und Rolle, die wir dort einnehmen. Dass man einfach sagt, ja, wenn, wenn, wenn so die Kacke am Dampfen ist, dann kommen die Leute zu uns. Ja. Und sie wollen eine Einordnung, sie wollen, ähm, sie wollen keine Geschnur, sie wollen einfach, sie wollen Facts, sie wollen Infos, oder sie wollen, in einem Talk irgendwie, ein, 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 halt eine gute Zeit haben, oder so. Aber, dass man wirklich merkt, hey, wir sind mehr, als jetzt nur gerade irgendwie, die, die halt ein wenig Fernsehen machen. Ja. Das klingt jetzt ein wenig sehr tief gründig. Aber, also ich habe schon das Gefühl, das ist auch eine Rolle, die immer wichtiger wird. Und mit allen, eben, mit allen Bubbles, die nichts mehr miteinander zu tun haben, und dem ganzen Lärm rundherum, dass man sich auf irgendetwas, so etwas, etwas Gemeinsames kann, kann einigen. Ja. Finde ich enorm wichtig. Also, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber, ähm, ich habe es gemerkt für mich, weil ich dort noch die Wochenrundshow gemacht habe, habe ich hauptsächlich News von SRF bezogen, von der SRF News Seite, und, äh, wo die ganze Pandemie losgegangen ist, und ich dann irgendwie ein paar Wochen später zum ersten Mal, äh, von einer Privatplatte Schlagzeilen gesehen habe, habe ich gemerkt, ah, darum geht es mir so viel besser, als anderen Leuten. Ja. Weil einfach, du irgendwann kannst insane werden, weil am einen Tag heisst, äh, bis, bis 2026 wird nie jemand das Licht gesehen, also weisst, es ist einfach so intensiv, oder? Und, und so die, äh, eher, äh, eben, wie du sagst, der Konsens quasi, wo man einfach irgendwie so, einfach, hauptsächlich mal die News, das ist das, und vielleicht eine kleine Einordnung, aber, ja, einfach mal das überhaupt an die Leute bringen, oder? Und, weisst du, sagen, was ist, das ist ja Journalismus, und nicht, dass, also, ich, mich jetzt auch so genervt, auch die ganze, der ganzen Russland-Diskussion, eben, wenn man dann anfängt, auch so Ferndiagnose stellen, wie es gewisse Medien gemacht haben, man sieht den Putin irgendwo, ah, und dann fragst du noch einen Arzt irgendwo, in Schwamendingen, der hat zitternde Hände, was könnte das bedeuten, wie lange hat der Putin noch, und so, ich finde das einfach gefährlich, und eben, das sind nicht nur die, zum Teil die sozialen Medien, wo es heisst, ja, die sind falsch informiert, oder sie, sie verbreitet Fake News, sondern zum Teil wirklich auch, auch Medien bei uns, auch Printmedien, wo dann eben in die, in das Fahrwasser gehen, und dort sind wir halt schon sehr, kannst du sagen, sehr altmodisch unterwegs, dass man einfach sagt, hey, das ist Fakt, und man könnte das noch einordnen, aber, ähm, man könne da spekulieren, oder irgendetwas aus den Fingersaugen für eine Schlagzeile, oder? Ja, aber, es ist ja auch ein Problem von der heutigen Zeit, dass, ähm, wenn du jetzt öffentlich-rechtlich gestützt bist, dann bist du ja auch nicht ganz so fest angewiesen auf Klickzahlen, weil Klickzahlen brauchst du ja, damit irgend eine Bewerbung bei dir macht, und dass du sagst, hey, wir haben bessere Klickzahlen, als die mit denen Klickzahlen, und, und, dass dann eben so Sensations, äh, Zeugs immer muss rausgehauen werden, wo, wo, eben in all den News, wo jetzt, äh, gesehen sind, die, 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 sehr wirklich einschneidende Ereignisse in den letzten zwei, drei Jahren, wo du wirklich merkst, ja, logisch, das ist etwas, wo alle beschäftigt, also, darum machen wir jetzt auch, oh, jetzt müssen wir gerade nochmal einen Artikel hinterein hauen, weil das ist ja, der, der Cycle ist ja auch nicht mehr, der ist ja nicht mehr natürlich, du tust ja eigentlich nicht mehr eine News rausgeben, wenn es eine News ist, sondern du tust ja eine News kreieren, damit dann wieder etwas rausgeben kannst, oder? Und das finde ich natürlich schon spannend, dass dann, wenn du, eben, wenn du, wenn du es dir kannst leisten, im positiven Sinn, dass du nicht so angewiesen bist auf das, oder? Ja, natürlich schauen wir auch drauf. Ja, ja, schon klar. Und auch wir haben irgendwie SEOs und schauen wirklich, was läuft und was läuft nicht. Aber es ist nicht das Wichtigste überhaupt, oder? Nein, nein. Es ist nicht die Grundregel 1. Und ich kenne es auch nicht. Ja. Und ich habe ja auch, also, ich habe ja auch bei PIV-Medien gearbeitet und habe wirklich das Gefühl, es, 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 eben, es ist gut so, wie es ist bei uns. Ja. Mag ein bisschen langweilig klingen, aber ich, eben, ich, ich, ich hätte jetzt keine Clickbait-Sachen müssen machen. Ja. Und mit all den Ereignissen, die du jetzt angesprochen hast. Ich merke ja für mich, ich, ich kann mir ja sehr bewusst News entziehen für, ich sage jetzt mal, meine psychische Gesundheit. Ja, das machen viele übrigens. Ja. Also, weisst du, einfach mal, wenn ich weiss, aber irgendwie, mit dem Devil habe ich es davon gehabt. Er sagte, du hast nicht mitgekriegt, dass gestern die Queen beharrt worden ist. Ist so. Du hast gesagt, doch, weil der Gretig ist nicht gekommen. Ich habe nicht gesagt, der Gretig, ich habe gesagt, ein Gast. Ich habe gewusst, in dieser Woche, aber ich hätte es nicht gewusst, wenn und ich hätte es auch nicht gewusst, was genau passiert ist. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel gewesen, aber, aber. Jetzt weiss ich aber schon, dass der Devil mein Ersatz gewesen ist. Das freut mich natürlich. Geil. Ja, gefunden. Einen lieben Kollegen. Ähnliche, ähnliche Zeit. Ja. Stimmt. Stimmt. Ähnliches Haus. Ähnliches Haus. Ähnliche Themen. Ähnliche Zeit. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, ja. Aber du, wir sind ja alle ein bisschen im gleichen Teil unterwegs. Aber ich höre das auch in meinem Umfeld oft. Irgendwie Leute, die effektiv nicht aktiv News konsumieren. Ja. Und ähm. Du hättest ja wahrscheinlich schon grundsätzlich immer Interesse an dem. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt schon Phasen, wo du denkst, jetzt ist es ein bisschen geiler. Ja, ja, natürlich. Ja. Und jetzt ist, jetzt ist gerade ein bisschen. Nein. Sehr viel das. Und jetzt noch mehr von dem. Und. Ich, ich finde es recht schwierig auch bei, eben auch bei den, bei jungen Leuten das, das versuchen rüberzubringen. Ja. Aber es ist ja früher auch schon so gewesen. Also bei uns haben gewisse Jungen sich dafür interessiert und gewisse nicht. Ja. Ja. Bei mir stimmt es. Ich habe mich immer für das Zeitgeschehen interessiert. Aber ähm. Ich glaube, das hast du oder hast du nicht. Ich glaube, du lernst es dann auch mit der Zeit. Aber ähm. Ich habe auch schon früher, ich hatte so so Leserbriefe geschrieben und so. Ich war jetzt aber nicht so ein Nerd, sondern ich habe einfach das Gefühl, mich interessiert, was passiert. Ich habe dann auch Geschichte studiert wegen dem. Aber einfach, dass man so ein gewisses Interesse hat, finde ich wichtig. Aber eben, ich würde jetzt auch niemandem sagen, hey, du musst jeden Tag zwei Nachrichtensendungen gesehen haben. Also kannst du dich auch sonst informieren. Oder ich finde, das Interesse muss da sein. Oder ein gewisses Verständnis. Ähm. Und sonst reagiere ich mit Unverständnis darauf, wenn ich das Gefühl habe, da können die Leute zum Teil auch abstimmen, obwohl sie sich mit den Vorlagen gar nicht auseinandersetzen. Das finde ich noch fast schlimmer als die, die sich ganz entziehen. Ja. Weil das verschiebt dann auch irgendwelche, eben irgendwelche politischen Gemengelagen. weil man das Gefühl hat, da ist einfach einer, jemandem aufgesessen oder hat sich nicht wirklich damit auseinandersetzt. Ja, weil natürlich auch dort mit Emotionen besser Propaganda gemacht werden. Und mit einfachen Slogans. Genau. Und eben, die Wahrheit ist meistens ein bisschen schwieriger durch irgendwie zu erklären. Ja, ja. Aber ich hätte es mir gemeint aus der Machersicht, dass eben je nachdem, was es für News sind, und wir jetzt eben die letzten zwei, drei Jahre effektiv eigentlich wirklich, ich weiss noch, wie die Leute gesagt haben, 2019, ich freue mich, wenn das Jahr vorbei ist. Das hat man mittlerweile komplett vergessen. Das ist krass. Aber das ist eigentlich so, eben so emotions- und gefühlsmässig, haben das die Leute auch schon als schlimmes Jahr empfunden. Und danach hat Pandemie, Black Lives Matter, Krieg, Strom ist noch so ein bisschen im Hinterkopf irgendwie, es hängt ja auch alles zusammen und so. Und ich mir dann eben denke, das ist ja dein Beruf. Und klar, du machst das sicher gern, aber es gibt wahrscheinlich dort auch eine Phase, wo du sagst. Ja, natürlich. Also wir machen das auch. Wir würden auch lieber einfach Good News, weil das gehörst ja auch noch viel. Ja. Ah, ihr seid so negativ. Oder immer noch Bad News. Wir sagen, was ist. Wir versuchen auch immer wieder anderes Zeug zu bringen. Wir haben auch so ein bisschen, gerade im Zauferzahl, haben wir eine Serie, wo wir versuchen, so Constructive Journalism. Die Idee. Genau. Dass man nicht nur das Problem zeigt, sondern auch eine Lösung. Das ist durchaus auch ein Ansatz. Aber hey, wenn die Welt wirklich so ist, wie sie im Moment ist, dann ist es wahnsinnig schwierig. Aber aus Macher-Sicht muss ich auch sagen, ich finde es auch nicht immer lässig. Also wenn du wirklich das Gefühl hast, du bist so in einer Endlosschleife und auch während der Pandemie. Das hätte ja nicht mehr aufgehört. Oder ganze Sendungen nicht einfach nur dem Thema gewitmet. Und dort kannst du auch nichts Positives oder Lustiges rausziehen. Es ist dann einfach so, wie es ist. Und gleichzeitig gehen gewisse Sachen dann wieder. Es ist auch nichts Positives. Aber zum Beispiel in Afghanistan, da habe ich das Gefühl, wir sind dem gar nicht richtig gerecht worden. Dass dort dann tatsächlich der Taliban wieder an die Macht kommt, dass massive Verschlechterung für die Bevölkerung, namentlich für die Frauen, daraus resultiert hat. Und wir machen das einfach während der Woche, wo es passiert. Aber jetzt fragst du weniger nach. Ja, was ist denn damals? Vor allem ja. Wir haben schon wieder die nächsten Krisen und so. Das macht es eben auch nicht einfacher. Dass sich die Krisen immer mehr überlappen und dann einfach vergisst, was es ist. Das stimmt. Es war da, Hauptnews Trump. Ja. Und dort hat es vielleicht angefangen, dass das alles so über überdeckt hat und ja, dass man plötzlich einem Thema nach rennt oder sich die Leute auch nur noch für das interessiert. Ja, ja. Aber ja, das ist der Fluch von Nachrichtenjournalismus auch. Du hast eine gewisse Anzahl oder eine gewisse, eben auch dort wieder eine zeitliche Begrenzung. Und du kannst nur so viel bringen, wie du springen kannst. Ja. Ja, ja. Und was auch spannend ist, das finde ich aber auch wirklich gut, dass du weisst, du hast dann und dann das Handic. Das heisst, du hast dann und dann effektiv, also Redaktionsschluss kann man ja nicht sagen, aber effektiv, einfach spätestens dann muss das parat sein. Und so geht es dann raus. Sonst verlierst du ja auch in dem Neverending. Na klar. Ja, ja. Also, das hat Döbel zum Beispiel gesagt, wo er eigentlich Satire machen will, dann recherchiert er so lange an einem Thema, dass er am Schluss alles darüber weiss, aber er kann es gar nicht mehr erzählen. Okay. Also, weisst du, wie willst du denn noch etwas Lustiges daraus machen? Sondern du hast einen halbstündigen Aufsatz. Das ist immer noch schwierig. Und das habe ich auch, um den Bogen zu schlagen zu einem Talk, du wirst das auch haben. Aber du kannst eben auch zu viel wissen. Ja, ja. Also, das ist wirklich so die Recherchierwut. Und das habe ich auch gemerkt im Laufe der Zeit, also ich mache es jetzt auch mehr als zwei Jahre, dass du einfach merkst, hey, ich muss auch nicht, ich muss den Gast nicht irgendwie von wirklich von 1 bis 100 vorher schon so durchdekliniert haben, dass ich schon weiss, was er sagt. Oder der warte ja geradezu auf gewisse Geschichten oder gewisse Anekdoten. Ja, ja, ja. Und ich finde das auch schlecht. Und du bist dann selber auch nicht mehr neugierig. Also ich glaube, du kannst wirklich zu viel wissen oder zu viel recherchieren. Und das finde ich, das ist auch nicht sehr befriedigend, finde ich. Das habe ich schon ein paar Mal gemerkt. Aber einmal ist mir ganz bewusst geworden, als ich den Marius Bär zu Gast hatte. Ja, ja. Und dann sind wir irgendwie darauf gekommen, wie er überhaupt angefangen hat, Musik zu machen. Und das ist eine wahnsinnig geile Geschichte. Das ist eine Strassenmusiker-Geschichte und so, oder? Eben, nicht einmal. Das war später. Sondern, wie er überhaupt zur Musik gekommen ist. Und zwar im Militär. Und irgendwie einer hatte eine Gitarre dabei. Und der hat ihm dann irgendwann gesagt, komm jetzt, sieh mal da. Irgendwie, weil er gemerkt hat, er hat eine gute Stimme wegen der Ansage oder irgend sowas. Und er hat gesagt, komm jetzt, sing mal da. Und dann hat er irgendwie losgesungen. Und dann hat er sich die ganze Welt aufgemacht und so. Das ist eine ganz geile Geschichte. Und die ist irgendwie gekommen, eben aufgrund des Gesprächs und dieser Neugier. Und ich so, boah, ist das geil. Und dann habe ich so gedacht, hey, dann mache ich noch einen Clip draus und so. Und dann habe ich gemerkt, dass er die Geschichte schon mal beim SRF 3 erzählt hat. Und wenn ich jetzt den gegooglet habe, mega lange, dann wäre ich auf das gekommen. Ja. Und dann hatte ich gesagt, ja, also weisst du bist ja, du bist ja sozusagen Musiker. Ja, ja, das finde ich ja. Ich weiss ja, wie es bei dir gelaufen ist, oder? Und dann irgendwie erzählst du eigentlich schon für diese Person die Geschichte. Genau. Telefonieren und er kann es dann auch nicht mehr so richtig gut erzählen. Genau. Ich finde das total schwierig. Und gleichzeitig musst du auch immer wieder daran denken, hey, die, die, die mich hören, die, die mich schauen, die haben all das Vorwissen ja zu 99 Prozent nicht. Ja. Darum darfst du dich auch nicht verschliessen, wenn etwas kommt. Ich habe ein gutes Beispiel. Daniel Humm ist ja bei mir gewesen und ich mag den einfach extrem gut. Ich finde das ein ganz guter Typ. Ich habe unglaublich viel von dem schon gesehen. Also bester Koch der Welt. Genau. Genau. Ich habe das beste Restaurant gehabt. Und jetzt ist er voll auf vegan umgestiegen. Und er ist wirklich so ein Typ, der sich sehr auch mit sich selber auseinandersetzt und auch keinen einfacher Weg gemacht hat. Und da habe ich in einem von den Podcasts, wo ich mit ihm gehört habe, eine Geschichte erzählt, wie er früher als Schüler von seinen Lehrern irgendwie nicht verstanden worden ist. Und da gibt es so eine Geschichte, dass er hätte ein Haus zeichnen auf ein A4-Blatt und er wollte es grösser machen. Und dann hat ihm die Lehrerin gesagt, du musst halt einfach das Haus so gross machen wie das Blatt. So wird das bei uns so gemacht. Und dann angefangen, diese Geschichte bei mir im Talk zu erzählen. Und weil ich diese schon zwei oder drei Mal gehört habe, habe ich gedacht, oh nein, jetzt bringt diese Geschichte noch und wir sind eigentlich zeitlich schon fast am Ende. Und das ist jetzt genau so eine klassische Geschichte, die jetzt fast nicht mehr reingepasst hätte. Und man hat dann selten so viele Rückmeldungen gehabt wie zu dieser Geschichte von Daniel Humm. Inklusive Eltern, die sagen, mein Sohn war genau gleich gewesen und das Schweizer Schulsystem stimmt doch da nicht. Also eine richtige Debatte hat sich da entspannt. Ja, ja, ja. Ich hätte die Geschichte aber von mir aus nicht angesprochen, weil ich das Gefühl habe, ja, die hätte er jetzt schon ein paar Mal erzählt oder erzählen müssen. Erst von sich wusste es darauf kommen und ist super gewesen. Aber dort habe ich auch gemerkt, wenn ich die nicht schon gelesen oder gehört hätte, wäre ich auch anders darauf eingegangen. Oder hätte ich jetzt das Gefühl, hey, das ist ja unglaublich. Es ist ja trotzdem ein Highlight von der Sendung, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir sind auch zu gut vorbereitet oder jede Anekdote hast du schon gehört oder im Prinzip. Ich hätte gerne gefunden, wenn du für ihn die Geschichte fertig erzählt hättest. So. Ja, ja, ja. Und dann, ja, ja, das kenne ich. Und dann, ja, wir sind schon fast bloßig. Ich tue das rasch abkürzen oder ich erzähle rasch den Gag. Ja, ja. Oder eben sonst sind wir dann in der Late-Night-Geschichte. Du weisst, bist du auch schon bei Late-Night-Aufzeichnungen gewesen in Amerika? Ich hatte das früher. Natürlich. Ich habe das früher. Ich bin grosse Fans von Conan und Ledgerman. Ich habe bei dir alle geschaut, als ich früher in Amerika war. Und dort merkst du ja, wie scripted alles ist, oder? Mhm. Und dort zeigt mir ja der Gast, hey, ihr kommt einfach mit zwei Anekdoten. Are you dating? Ja. Oder irgendwie sonst etwas Lustiges. Und die können es einfach machen und es klingt dann noch relativ spontan. Aber ich finde dort auch gut, dass wir die eigentlich auch recht transparent machen. Ja, das stimmt. Also weisst du, es ist nicht, uh, da sind wir jetzt einfach ganz lustige Geschichte gestossen per Zufall. Sondern es ist so eine Art Halbtheater im Film Talk. Ja, es ist Performance. Ich finde das eigentlich noch geil. Und darum mag ich, zum Beispiel Comedians mag ich sehr gerne bei Late-Night-Shows, weil sie, wenn sie nicht ein Set spielen, weil sie effektiv so ein bisschen Gedanken und ein bisschen Meinungen und sie haben gleich noch etwas Kleines vorbereitet. Ja. Und zum Beispiel, Conan ist ein grossartiger Late-Night-Gast. Das kann man mir vorstellen. Ja. Weil er sehr selten ja irgendwie Stand-Up macht oder irgendetwas. Ja. Ähm, der bringt dann, weil er ja auch weiss, was funktioniert, oder? Der bringt dann Geschichten. Ja. Und dann kannst du seine Videos schauen. Und er hat wirklich perfekte 5-Minuten-Dinger, wo du sagst, das wäre jetzt auf einer Bühne, wäre das ein Top-Bit. Und das ist eben so eine absurde Geschichte, wie zu seinem Abschied vom Letterman, hat er irgendeinen Artikel geschrieben. Und dann hat der Letterman sich bedankt und ihm ein Ross geschenkt. Und so weiter. Und er weiss genau, wie lange das gehen muss. Ja. Und ein anderes Mal ist, weil er Obama kennenlernen kann mit den Kids, also mit der ganzen Familie. Und der Kleine hat ein absolutes Tantrum. Und genau, 5 Minuten bevor sie Obama treffen, sagt seine Frau, übrigens die Kinder haben noch nicht gegessen heute. Ja. Irgend sowas, weißt du? Und der andere kriegt eine Vollkrise und wälzt sich auf dem Boden. Die haben eine Geschichte zu erzählen. Eben, und das ist einfach so, genau das Wissen, das dann zu bringen, oder? Ja, klar. Ja, ich bin viele von diesen Let-Night-Shows gelogen. Und übrigens, Fun Fact, ich habe mal im, wie heisst es, Madison Eleven vom Hum, habe ich mal gegessen. Ah, schau jetzt. Ja. Das wollte nämlich mein Vater unbedingt machen. Früher noch. 2015. Okay. Ja, wir waren auch mit der Familie, jetzt da vegan zu essen. Ja. Es ist einfach, ja, es ist ein Erlebnis. Ich müsste jetzt nicht jeden Tag so essen. Nein, ich auch nicht. Aber das habe ich noch viel mit diesen Sterne kochen. Natürlich, weil es sind ja irgendwie 16 Gänge oder irgend sowas. Ja, ja. Ähm, und was ich dort am lustigsten gefunden habe, das ist ja eigentlich auch schon vegan gewesen, ähm, ein Riebli-Tartar. Mhm. Das ist ganz geil. Es ist einfach alles sehr... Es ist so absurd, weil dann kommen sie zu einem Fleischwolf und dann haben sie so ein halb, noch nicht ganz gekochtes Riebli und dann schieben sie das da durch. Und danach hast du so einen Brett natürlich perfekt gemacht mit irgendwie so zwölf kleinen Einbuchtungen. Und dann hast du dir die Riebli-Tartar, hast du dir gewürzt, so wie du es wolltest. Also wahrscheinlich nicht ganz vegan. Es hat, glaube ich, Eingell gehabt und so. Und dann hast du das irgendwie so zusammen da. Ja, es ist eine Kunst für sich. Aber es ist, äh... Ja, also ich kann es auch nicht jeden Tag haben. Ich finde es zum Beispiel geil, ähm, in London, ich weiss nicht mehr wie der heisst, hat es einen gegeben, so der einzige, ähm... Warte jetzt, es gibt Gourmier-Pünkt und es gibt Stern, oder? Und Stern gibt es eins, zwei, drei, irgendwie so. Äh, ja. Also... Nein, das ist Michelin, hat Stern. Michelin, ja. Der Ding hat Gourmier, glaube ich, noch gepünkt, oder? Genau, Gourmier hat noch gepünkt. Und, ähm, das ist der einzige Drei-Stern-Inder in, äh, in London. Ja. Und weisst du, was dort geil gewesen ist? Dort ist dann gleich einfach, keine Ahnung, der dritte Gang, es ist einfach ein Pie. Einfach ein Curry-Pie, wo du zu zweit in der Mitte halbierst und dann isst du... Also weisst du, nicht so Shishi-Zeugs, sondern es ist einfach so, fast schon bodenständig, aber es schmeckt halt einfach besser als jeder Pie, den du jemals gegessen hast. Jetzt habe ich den Hunger schon irgendwie. Ich weiss gar nicht, wie viel Zeit haben wir, der Bildschirm ist abgehangen, Christian. Äh, 1 Stunde 6 haben wir bis jetzt. 1 Stunde 6? Ja. Ähm, jetzt hast du Hunger. Ich kann noch, was haben wir denn sagen? Äh, jetzt können wir den Bogen wieder schlagen. Was willst du, ähm, vom Essen wegkommen, zum Trinken, oder zum äh... Nein, ich hab gedacht, London, gut, gut gegessen, hast du äh... Jetzt sind wir wieder beim Essen. Nein, ich liebe London für das. Das ist wirklich, es ist extrem, ähm, extrem cool. Ja. Und ebenso, das sind ja die, die alten Klischees, die wir gehört haben, wo wir gegangen sind. Oh, London, schlechtes Wetter und zu essen ist nicht gut. Ja. Ist dein täglich beides nicht. Ja, das Wetter, ja, wir ändern einfach viel. Aber zu essen ist unglaublich gut. Ja. Jetzt sind wir wieder beim Essen. Ja, also wenn du Hunger hast, dann gehen wir weg vom Essen. Dann gehen wir weg. Du hast gesagt, du bist früher in den USA gewesen. Bist du beruflich gewesen, oder bist du einfach mal so... Beides. Ich habe... Nein, ich bin ein grosser... Wie jeder Teenager damals, der in den 80er-Jahren aufgewachsen ist, ein grosser Amerika-Fang gewesen. Ja. Ich bin schon relativ früh gegangen. Ja, das war bei mir noch in den 90ern. Das ist noch ein Jahrzehnt später. Ja, ja. Aber das hat die gleiche Wirkung. Eben, es ist wirklich... Es hat so das Traumland. Mhm. Ähm, ich bin schon früher gegangen, habe eine längere Reise gemacht, gerade nach der Schule. Also sind wir 18, 19 gewesen, wo ich uns ein bisschen kennengelernt habe. Da habe ich ein Jahr studiert in Long Beach, also ein Austauschjahr gemacht. Ja. Ähm, habe dann gearbeitet. Also ich bin zweimal für Greenpeace gearbeitet, einen Sommer lang. Einmal in Washington und einmal in San Francisco, wo ich also wirklich Land und Leute kennengelernt habe. Und habe immer eine gewisse Sehnsucht gehabt, auch durch die Serien. Also ich war ein richtiges Fernsehkind. Und ich habe all das immer geschaut. Und dann 90er Jahre... Also was für Serien? Äh, du, eben das hat angefangen mit den Colt Seavers und A-Team. Also die richtig schlechten amerikanischen Serien habe ich alle durchgemacht. Dann so richtig Teenie-Serien, Beverly Hills und alles. Oh, so ist Jungsee. Melrose Place. Melrose Place. Also der Rip-Off-Spinoff ist das gewesen. Und dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt. Also das Unileben... Darum bin ich dann auch dort studieren. Ich habe eine Zeit lang dort Filmklassen gemacht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die ganze Filmindustrie mich sehr interessieren würde. Ja, also... Ähm... Und darum bin ich dann auch die Aufzeichnungen anzuschauen, wie auch immer ich kann können. In Long Beach ist ja gerade die L.A. Da waren wir dort auch in den Hollywood-Zeug herum. Und so... Ich bin jetzt auch jetzt wieder mit der Familie. Wir gehen noch viel wieder auf Amerika. Und jetzt meistens so California oder Florida. Einfach Badeferien. Und... Mir gefällt das Land. Ich finde es wirklich... Ich habe immer noch so einen... So einen Sweetspot. Ich finde es wirklich... Es ist unglaublich, was dort geht und was läuft. Und die Dynamik und... So das alles ist möglich. Das gefällt mir dort. Ja, ich habe das... Wo es ja nicht stimmt, aber es ist... Ja, ja. Aber es ist eben schon nur, weil es halt einfach so aussieht wie Sachen, die du in deiner Kindheit gesehen hast. Und wir sind ja extrem geprägt von dem Bild. Das... Das gibt... Das gibt so einen starken Effekt. Das habe ich gehabt mit... Also es ist ja nicht weit von Long Beach... Der Santa Monica Pier. Mhm. Wo ich einfach zum ersten Mal bei dem gesehen bin. Und es ist einfach das kleine Abenteuer-Perkchen mit einer kleinen Achtibahn und so einem krummen... So einem krummen Riesenrad und einfach alle die Lichtchen und jemand verkauft Schuhrassen und so. Und du sagst einfach eben, das habe ich 150 Mal gesehen in einer Serie oder in einem Film. Ja klar. Und jetzt laufe ich effektiv da durch. Und der Strand ist wirklich so lang. Und es ist wirklich... Du hast wirklich nur die Holzbalken, wo dann das Wasser noch so dran kracht. Also weisst du, das ist einfach so... Du laufst durch ein konstantes Set, oder? Wo irgendwie aus deiner Kindheit stammt. Es ist wirklich krummend. Und dem kannst du dich nicht entziehen. Und bis jetzt nicht. Also wir sind kürzer wieder eben in New York gewesen. Und auch dort wieder. Du hast so das Gefühl, es ist... Ich habe mich wieder genau gefühlt wie in den 80er Jahren, wo ich damals dann auf das World Trade Center bin und so. Ja. Es hat so eine gewisse Sehnsucht drin, wo du einfach das Gefühl hast, ja das ist so das, wo ich damals auf dem Land aufwachsend das Gefühl hatte, das ist die grosse weite Welt. Und das kommt lustigerweise auch jetzt noch auf, wenn du mit 52 dort bist. Ja. Wo bist du aufgewachsen? Im Aargau. In Zürich, Aargau. Ein bisschen noch in Graubünden. Aber eben nie urban eigentlich. Sondern immer so relativ, relativ lang. Ja, dann ist es natürlich so etwas wie New York. Ja, unglaublich. Am Schluss in Fisesbach bei Baden. Ja, wenn du dort aufwachst, ist Santa Monica Pier relativ weit weg. Bei Baden habe ich immer eine der faszinierendsten Städte gefunden von der Schweiz. Weil Baden ist so irgendwie alles in einem. Weil du hast irgendwie oben die, was ist so eine Burg? Ja, 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 Schloss Stein. Schloss Stein. Burg Stein, keine Ahnung. Du hast so eine Naturhügel. Ja. Und jetzt mittlerweile im Zentrum, hast du aber so die verschiedenen Brücken übereinander, so metropolismässig. Ja. Also eigentlich ein New York im Kleinen. Aber wirklich. Ja, nein. New York hat ja nicht mal so eine Hügel. Mit einer Burg oben drauf. Weisst? Wo bist du jetzt da? Ruinestein heisst es. Ja, ja, ja. Ah, da geht's. Ah, da wird noch recherchiert im Hintergrund. Hat's geschafft. Ja. Ist das eine Burg oder ein Schloss? Ich weiss im Fall nein. Ja, das ist eh nicht Baden denn. Wettigen sieht man da schön. Hinter der Brücke. Ja, dann ist es natürlich... Aber das habe ich auch immer schon gekannt. Ich bin von Basel als eine der grösseren Städte der Schweiz. Ja. Und dann merkst du mal... Ah, man braucht innerhalb von der Stadt zwei Stunden von A nach B. Weisst du das? Wahnsinn. Also ich finde es auch... Und du kannst dich dem Reiz irgendwie nicht entziehen, wenn es dir etwas sagt. Ja. Es gibt ja auch so bekennende Amerika-Nicht-Versteher oder... wo jetzt dort eine die Pferde geichtet und so. Das kann ich alles auch nachvollziehen und verstehe. Aber... Ja, ich glaube, das hängt noch an. Es hat aber von New York ja immer geheissen, das sei ja nicht Amerika. Ja, ja, klar. Das ist ja etwas Eigenes, oder? Und... Und viele sind ja zum Beispiel dann Amerika-Nicht-Versteher, gehen aber trotzdem gerne auf New York. Mhm. Und dann gibt es andere, die sagen, weisst du, ich will ja... Weisst du, es ist so europäisch. Und dann sage ich, aber warum gehst du denn auf Amerika? Ja. Also... Aber... Ich habe immer gefunden... London zum Beispiel... Ähm... Wie lange bist du gesagt? Fünf Jahre? Vier. Vier. London finde ich... Auch wenn ich mal längere Zeit gewesen bin, mit dem meine ich jetzt so zwei Wochen... Unglaublich... Äh... Grossartig und unglaublich ermüdend. Also es ist wahnsinnig anstrengend ist das. Lustig, das habe ich jetzt nie so empfunden. Also ich habe es wirklich... Ja, vielleicht wenn jetzt zwei Wochen gehst, also so ferienmässig... Ich habe es jetzt sehr angenehm gefunden, um dort zu leben. Es ist ein... Darum sage ich es, weil ich... Ich habe Mühe in New York zu leben. Da bin ich auch längere Zeit gewesen. Aber jetzt nie wirklich sehr lange. Vielleicht längst drei, vier Wochen. Und dann habe ich das immer als anstrengend empfunden. Eben... Sehr, sehr... Irgendwo... Spannend anstrengend. Aber hätte mich jetzt da nie wirklich niederlassen können. Aber London finde ich extrem angenehm. Weisst du hast ja auch Grünflächen und es ist so... Es ist so mehr die Breite als die Höhe. Und das finde ich noch einen Unterschied. Ja. Aber es hat natürlich eben... Das Angebot ist zum Teil ermüdend sein. Weil es läuft einfach immer etwas, oder? Ja. Was für Angebote hast du genutzt gehabt? Wirklich viel. Äh... Essen, wenn wir wieder bei dem sind. Also wirklich, wir haben... Wir haben... Wir sind so die richtigen Expat... Weisst du, so die... Die Erfahrung haben wir alles durchgemacht. Also einfach, du kommst neu an einen Ort... Ich habe es ein bisschen gekannt, aber jetzt nicht so gut. Aber dann... Dann willst du einfach alles aufsaugen. Und eben, da gehst du viel in den Ausgang. Viel essen. Ähm... Theater haben wir, glaube ich, wirklich fast alles gesehen, was man so sieht. Also so die Musicals und so. Ähm... Museen haben wir wahnsinnig viel gemacht. Also es ist wirklich... Es ist wirklich... Es ist... Wir haben uns damals wirklich ein Wochenende zum Teil, so ein Programm zusammengestellt. Sehr touristisch eigentlich. Aber man denkt ja, wir wohnen zwar da, aber wir wollen das alles... Gleich einfach mal gesehen haben. Es gibt ja die alten Dinge von... Pariser, die noch nie auf dem Eiffelturm waren. Oder irgendwie so. Das haben wir nicht wollen. Weisst du, dass du nur sagst, ah ja... Es gibt da das... Das Eisenrad. Aber bist du nie da drauf gewesen. Das habe ich in New York immer spannend gefunden. In den Taxis, hast du immer Werbung an die Locals von wegen Discover Your City. Geh mal dort her und schau mal das an. Weil eben... Die Leute einfach... Kommute von A nach B. Das ist ja dann auch etwas Lustiges, wenn du in so einer Stadt wohnst und du wirst plötzlich auch so ein bisschen... Intolerant gegenüber Touristen. Also wie bei den Tubes. Es sind ja immer nur Touristen, die links stehen. Ah ja. Eigentlich stehst du ja rechts und lauf links. Und da habe ich mich selber getappt, so nach zwei Jahren. Das Gefühl hast du, komm, wir stehen doch richtig. Und hey... Ihr haltet uns auf, uns Londoner. Wie alt sind die Kinder in dieser Zeit? Wartet mal... Vier und sechse oder so. Plus minus. Ja. Also wo du gegangen sind? Nein, wartet mal... Sechs und acht, wo wir gegangen sind. Also sie sind gerade in die Schule gekommen. Und haben dann gerade irgendwie eine internationale Schule und danach haben wir noch gewechselt. Aber super. Also haben wirklich... Innerhalb Wochen, Monate haben die Englisch gesprochen. Und zwar britisch. Oh, britisch. Of course. Of course. Nein, ist super. Also wirklich für sie ist das eine riesen Bereicherung gewesen. Ja. Mega geil. Und jetzt wohnst du ja wieder ländlicher? Jetzt wohne ich wieder ländlich. Jetzt wohnen wir am Hallwilersee. Haben schon vorher dort gewohnt und sind dann, ja, dort wieder zurückgegangen. Und super. Aber wirklich ländlich mit... Haben du untermiertet? Katzen? Nein. Nein, haben wir nicht gehabt. Also es ist wirklich... Da kannst du erstens nicht gut untervermieten. Ja. Es ist wirklich ländlich. Und zweitens, ich habe dann immer so das Gefühl, wir sind auch viel zu Hause gekommen. Vor allem meine Frau und Kinder. Weil dort hast du, glaube ich, zwei Monate Sommerferien und da sind sie zum Teil dann wirklich so Schweizerferien gemacht. Und das haben wir immer wollen, dass sie so ein bisschen wie noch so etwas zu Hause haben. Und es ist super gegangen. Ja. Hast du sehr Hunger? Nein, mach noch. Ich bin völlig... Ich bin völlig frei. Solange es in 2 Stunden 44 Art ist, wie bei gewissen Lärmpoeten, ist es gut. Nein, nein. Jetzt sind wir bei 1 Stunde 70. Aber wenn du fühlst, wir sind völlig ausgeschossen, dann... Ich überlade das voll und ganz dir. Weisst du, ich bin auf 30 oder 33 Minuten. Ja, logisch. Das heisst, wir haben jetzt... Ich bin also beeindruckt, wie du quasi etwas seit... Weisst du so? Das heisst, wir haben jetzt zweieinhalb Sendungen gemacht. Ja, fast drei. Fast... Ja, weisst du, ich habe mir gedacht, ich werde ja eh nie in der Sendung sein. Ich dachte, ich mache... Wer weiss schon, wer weiss, tut das nicht... Ach... Ach was. Ich finde das auch okay. Wir wollen Leute, die gut reden, die etwas zu sagen haben und das, was ich vorher schon mal ein bisschen angedeutet habe, das hat nichts damit zu tun, dass... Wir haben auch schon wirklich rechte Namen gehabt und ich nenne jetzt keine Namen, aber wo ich nachher ein bisschen enttäuscht war, wo ich das Gefühl hatte, ach, dem bist du jetzt wirklich nicht näher gekommen oder die hätte einfach nicht wollen oder die sind dermassen schon ab... wie so abgestrahlt, dass man das Gefühl hat, ja, für die ist jetzt das wirklich ein 0815-Pressetermin gewesen, wo man einfach eine halbe Stunde ein bisschen miteinander pläuterlt. Das war ja ein bisschen längere als andere. Genau. Und die machen mich irgendwie, die... Ja, die machen glaube ich niemandem so richtig Freude, weil ich dann auch das Gefühl, das Publikum merkt es auch. Ja, ja. Und eben, für ihn oder sie ist es ein normaler Termin gewesen und ich hatte dann auch so das Gefühl, nach einer Halbstunde... Ja, so ein bisschen... Aber das hast du wahrscheinlich auch, oder? Ja, aber ich... Ich habe es natürlich weniger, weil ich hauptsächlich Leute einlade, wo... Also, wo ich kenne, wo ich mag, mit vielen bin ich eben befreundet und so. Und wo nicht auf Promo sind. Übrigens, ich habe ein Buch geschrieben. In welche Kamera soll ich es halten? Nein, aber das ist mir schon oft die Musik. Also, weisst du, Podcasts werden ja gerne gebraucht von der Musik jetzt für Promo und so. Und dort gibt es dann klare Unterschiede von... Ich habe zum Beispiel sehr happy gesehen, wie es mit dem Stress verlaufen ist. Weisst du? Weil irgendwie... Also, da haben wir nachher den Leuten gesagt, ah, ich habe das Gefühl, ich habe zum ersten Mal check' ich auch mal ein bisschen den Menschen. Das ist super. Wenn du das als Rückmeldung hast, das ist genau das, was... Und das geht aber auch nur, weil der Stress halt auch noch durch ist, wenn er Bock drauf hat und irgendwie merkt, aha, da kann man jetzt auch einfach mal reden. Genau. Dann lässt er das auch zu, oder? Und bei zwei, drei anderen habe ich dann eben so gemerkt, aha, also eben für den Promo-Termin, da müssen wir auch im Vorfeld kommunizieren. Das ist auch okay. Ich habe nie ein Problem. Ich meine, ich lade ja auch jemanden ein, der kurz vor der Premiere bei mir noch spricht für das Solo-Programm. Das mache ich ja auch gerne, wenn es tatsächlich etwas würde bringen. Ich weiss es nicht. Aber da müssen wir dann auch kommunizieren. Also das ist dann aber schon mindestens eine Stunde Talk. eben nicht Interview und die Person muss dann halt auch. Und es geht ja nicht mal darum, zu sagen, was man von Unterhosen gerne anhat und wie man pennt oder was auch immer. Ich glaube, es ist so Angst vor, hey, aber ich will es denn nicht zu privat sagen. Es geht nicht um Privat. Nein. Es geht wirklich darum, es gibt mehr als die neue Platte oder das neue Buch. Und wenn sie sich auf das einlösen, dann ist es ein gutes Gespräch. Und ich finde wirklich auch bei Musikerinnen und Musikern. Also ich habe zum Beispiel eine Stefanie Heinzmann oder eine Beatrice Egli. Das sind spannende Interviewgäste, weil die auch, eben, die geben da etwas Preis. Oder die erzählen da etwas. Auch dort gehst du jetzt nicht in die privatesten Bereiche und beziehungsmässig. Das ist mir dann gleich. Aber einfach so eine, dass man merkt, das ist eine authentische Person, die vielleicht auch gewisse Brüche hat in ihrem Leben, die auch darüber erzählt, auch mal erzählt, dass nicht immer alles toll ist oder es nicht immer super ist. Und das sind die, das sind dann die guten Gespräche. Und ich kann es mit dir, wenn du einfach merkst, ah, ausser dem, eben ausser der neuen Platte oder ausser dem neuen Produkt will sich die Person nicht öffnen, dann wird es extrem schwierig. Ja, vor allem die Platte ist, weiss ich, es ist ganz, ganz schwierig zu erarbeiten. Aber es ist immer die beste. Ja, eben. Wobei, da bin ich ja schon noch froh. Also, bis auf, ich glaube, Liam Gallagher. Liam Gallagher ist der einzige Mensch, den ich jemals gehört habe, von einer neuen Platte, der kommt, sagt, irgendwie, ja, vier Kachen haben wir drauf und jetzt, äh, jetzt schaffen wir gerade noch an den Füller. Ja. Der kann das aber auch. Das gehört es nicht mehr. Das ist okay. Aber ein grossartiger Sänger. Aber der wäre jetzt wahrscheinlich eher auch schwierig im Gespräch. Da muss man eben halt auch richtig, ja. Es gibt eine Doku über ihn, wo, 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 wo wirklich noch spannend ist. Ja. Ich bin ja, wo ich in Berlin gewesen bin, für die Wahlen letztes Jahr, bin ich in den Oasis Film schauen, irgendwie völlig, out of the blue stand dort gelaufen, äh, da das Snapworth, ist Snapworth gewesen. Ich glaube, das große Konzert. Ja. Ein wunderbarer Film. Und ich habe gemerkt, natürlich, hey, das wären, die wären beide, also Nolan und Liam, die wären einfach, die wären Gold für ein, ähm, für eine Talkshow. Aber eben sicher nicht einfach. Nein, aber sie haben mit dem Liam, haben sie mal etwas Geiles gemacht. Im Liam haben sie, wöchentlich, haben sie einfach neue Musik vorgespielt. Ja. Und er hat es kommentieren. Und er hat es, glaube ich, drei, drei Folgen hat es durchgehalten. Und dann, bei der dritten Folge haben sie so viel Schrott gespielt, das, Abbruch reden, ist schon niemand gekommen. Aber ich finde es ein schönes Konzept. Sehr gutes Konzept. Sehr gutes Konzept. Aber das, das möchte ich natürlich auch bei der Gästenauswahl bei dir. darum, das vorhanden ist ein Spruch gewesen, aber, ähm, es, es, es geht dort wirklich kreuz und quer durch, durch alle möglichen Sparten. Zum Teil mit einem Aufhänger, zum Teil aber auch wirklich, zum, etwa mal, mit der Person gesprochen zu haben. Ja, genau. Genau. Also das ist wirklich auch das wieder Teil vom Konzept, wo, wo vielleicht auch gewisse Leute ein bisschen befordert, hätte am Anfang, dass wirklich, ich kann so keine, also ich kann weder Scheuklappen noch irgendwelche Tabus, dass ich sage, ja, ich fühle mich nur in dem und dem Bereich wohl, oder mit den und den Gästen. Ja. Ich bin wirklich offen, weil ich auch sonst sehr viel Interesse an Menschen, an Menschen, und zwar wirklich in jedem Bereich. Wir haben so ein, 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 schon ein, ein, ein definiertes Spektrum, dass wir sagen, das muss, es müssen bekannte Leute sein, mit einem Namen, ähm, mit einem Wiedererkennungswert, das schon. Aber wir machen uns auch, eben, viele Gedanken, da können wir zum Teil einfach mal ein Thema abdecken, und dann ist es meistens ein aktuelles Thema. Iran, äh, haben wir, ich weiss nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber haben wir jetzt im Herbst, äh, Nathalie Amiri zum Beispiel, die deutsche Journalistin, Deutsch-Iranerin, die darüber redet, wir haben Afghanistan wieder das Thema sein, und dort interessieren uns dann auch wieder ein bisschen die, die Geschichten dahinter. Ja. Aber sonst, ich bin völlig, eben, ich bin völlig offen, auch über Unterhaltung, Politik, Wirtschaft, Sport, ich finde, das muss alles Platz haben, wie auch in der Gesellschaft, auch in meinem, in meinem, in meinem, in meinem Format, und das ist natürlich, um jetzt auch mal noch eine Grenze zu finden, das ist natürlich auch ein super, ein super Privileg, dass ich das machen kann, und sehr frei auch aussuchen kann. Ähm, ich habe selber ein grosses Beziehungsnetz, da kann ich die Leute auch direkt angehen, und, und bin da sehr frei, in der Auswahl. Das ist super. Hast du am Schluss, du, letzte Entscheidungskraft? Ja. Ja. Also, wir haben auch, ja, wir haben auch Diskussionen natürlich auf der Redaktion, es sind nicht im Rally die gleichen Meinung, es ist noch schwierig, wenn du, also, wir haben drei Sendungen pro Monat, und nur ein Gast, also, du überlegst dir ständig, ist es wirklich der Richtige, und wäre der oder sie nicht besser gewesen, und kurz vor der Sendung ist manchmal das Gefühl, ah, jetzt, jetzt, nein, ich wäre lieber auf das Thema gegangen, aber das ist so ein, ein ewiger Prozess, aber was ich, was ich nicht mache, ist irgendwie mir jemand aufgedrucken lassen, oder dass ich das Gefühl habe, ach, den finde ich jetzt nicht gut, oder mit der kann ich es nicht, was jetzt zwar, ich wüsste jetzt nicht, ob das überhaupt der Fall ist, aber wenn ich einfach das Gefühl habe, das Thema ist jetzt das Falsche, dann nehme ich mich raus und sage, nein, wir haben das schon geändert, so zwei, drei Tage vorher, dass ich gesagt habe, abgesagt. Ja. Oder verschoben. Ja. Oder verschoben. Ja, ja. Das ist jetzt ein klassischer, zum Beispiel ein klassischer Promo-Auftritt, aber im Moment geht es, äh, geht es in Amerika oder in Russland ab, oder, äh, die Credit Suisse hat Probleme, dann möchte ich einfach das, das Thema besprechen. Und jetzt nicht mit einer Sängerin über ihre neue Platte, die ich auch in vier Wochen noch könnte machen. Und dort bin ich wirklich, dort bin ich extrem frei. Ja. Robby, jetzt musst du noch mal, du musst noch mal eine Woche warten. Genau. Nein, den haben wir jetzt auch wirklich, den haben wir sogar gebracht, als er, äh, wo er war. Er ist ein super Gast. Super Gast. Den finde ich wirklich jetzt auch, das ist jetzt, weil wir das, was wir vorher geredet haben, er natürlich hochprofessionell und der erzählt all das, was er, was er erlitten hat, ja auch nicht zum ersten Mal. Ja, ja. Aber du hast das Gefühl, er, er, er überlegt sich das jedes Mal wieder neu und, und das ist jetzt so ein klassischer Pressetermin der hat an dem Tag, was haben sie uns erzählt? Nein, zwei Tage hat er, glaube ich, 23 Interviews gegeben. Und, und die, die dort drin sind, also sein Management, hat mir das erzählt, er hat gesagt, er erzählt dir 23 Mal etwas anderes. Mhm. Also es ist wirklich, der überlegt sich bei jeder Frage wieder, ja, wie soll ich darauf antworten? Und tut nicht irgendwie mit einfach vorgefassten, äh, Bauteilen immer wieder das Gleiche beantworten. Und das finde ich extrem cool. Ja, er ist ja zum Beispiel eben auch bei, weiss er, 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 was er macht, von A bis Z. Und dort kannst du dann eben auch annehmen, okay, eben, die Geschichte hat es zwar schon mal erzählt, aber... Genau. Und er kippt so zwischen, eben, es ist, es ist sehr unterhaltsam und zum Teil wirklich sehr, sehr tief. ja, und zum Teil fast depressiv tief, dass er einfach das Gefühl hat, der ist, der ist, ja, der kotzt sich jetzt fast aus, oder? Was für ihn wahrscheinlich, vielleicht sogar heilende Wirkung geht, ich weiss es nicht, aber, äh, für uns als Zuhörerinnen und Hörer ist es natürlich suckspannend, oder? Hast du Roger vorher schon mal kennengelernt? Ja, ich habe ihn, also, wir, wir, wir haben, wir haben eine ewige, nicht dass er sich an das erinnert, aber wir haben eine lange Geschichte, ich habe, ähm, eine von meinen ersten Jobs, ist in einem Online-Portal gewesen, wo die, die Homepage von Roger Federer, ähm, gemacht hat, inklusive der ganze Inhalt, und ich bin einer von der Schreiberlinge da gewesen, und der hat es gesagt, ja, du bist Sportfan, du spielst auch Tennis selber, würde dich das interessieren? Und dann habe ich da draufgekumpelt und gesagt, das ist super, dann mache ich den ganzen Inhalt, also der redaktionelle Inhalt von der Homepage, ähm, und er hat dort auch mit, äh, mit, äh, Linette Federer, also, seiner Mutter zu tun gehabt, die hat uns Foto, sogar herzig, sogar, äh, eine, äh, eine Kiste mit Fotochen mitgebracht, die wir nachher eingelesen haben, das ist damals wirklich in den 90er Jahren oder so, und dort habe ich ihn zum ersten Mal so ein bisschen kennengelernt, und dann immer wieder, auch in London, glaube ich, drei Interviews mit ihm gehabt, auch damals beim Radio, wo ich noch war, also, ich habe ihn immer wieder, wieder gesehen, und er, hätte sich, glaube ich, erinnern können, das weiss noch er selber natürlich, aber, ähm, ich glaube, es hilft, wenn du schon weisst, wie er so ein bisschen funktioniert. Ja, das kann man vorstellen. Und, äh, es hilft auch mir, weil das finde ich auch noch spannend, das sagen mir immer viele Leute so, ja, das ist, es kommt so natürlich rüber, bei dir. was ich als sehr grosses Kompliment nehme, und das ist, weil ich auch wirklich das Gefühl habe, ich habe so kein, ich bin da nicht so, eben, für mich ist das eine Person wie jede andere auch, und mir ist schon bewusst, dass der oder die jetzt wahnsinnig viel erreicht hat, und, äh, und, äh, viel Geld hat, und viel Erfolg hat, und wahrscheinlich nicht in den Welten lebt wie ich, aber, ich, ich, für mich spielt das keine Rolle, also, ich, ich begegne den Leuten möglicherweise, eben so viel wie möglich einfach auf, auf Augenhöhe, und schaue, das, eben, sehe ich jetzt auch nicht als etwas ganz Spezielles an, oder so, und das finde ich, ich habe im Umfeld vom, vom Federer jetzt, wo wir wirklich das, das, das erste längere Interview überkommen haben, habe ich gesagt, hey, wie machst du das denn irgendwie, eben, das nicht völlig ausflippst, oder, weil ich finde den Federer natürlich auch gut, aber, eben, ich, dann rede ich mit ihm, ja, wie jetzt, wie jetzt mit dir. Ja. Ich habe das Gefühl, das gehört dann halt auch dazu, dass du da nicht irgendwie, eben auch dort wieder, nicht zum Fanboy generierst, oder? Ja, das, das muss ich ja bei dir schauen, weil, kaum hast du von Augenhöhe geredet, hast du gerade gedacht, habe ich, habe ich, aber hast du gemerkt, wie ich so ein bisschen runtergehe, gell? Habe ich jetzt, habe ich jetzt in deine stachend blauen Hände gehört, und dachte, jetzt muss ich aufpassen. Wahnsinn. Nein, aber was, was ich, äh, selber schon gemerkt habe, ähm, halt bei kleineren Sachen, zum Beispiel beim TeleBasel, wenn dann dort mit, mit guten Freunden, einen Talk hast, also ich bin zum Beispiel zu Gast, dann, dann ist es meistens der schlechteste. Also weisst du, weil man sich schon gut kennt. Ja. Das kannst du in einem Podcast, kannst du das natürlich super nutzen, weil dort wirklich das Gefühl, hoffentlich entsteht von, hey, wir sprechen jetzt einfach wieder mal miteinander. aber, aber wenn es eben dann heisst, man haben, keine Ahnung, so und so viele Minuten, und jetzt machen wir einen Talk, und dann muss man vielleicht noch ein bisschen kritisch suchen, oder so, dann, 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 dann. Zu, zu gut kennen ist, glaube ich nicht gut. Ja. Und ich muss jetzt echt sagen, ich weiss nicht, wie viele wir hatten, 80, 90 Gäste oder so, es ist noch niemand dabei gewesen, den ich gut kenne. Ja. Also ich kenne viele Leute, ja, weil man sie, weil man sich kennt, weil man schon mal miteinander zu tun hat, kann, ich tue es auch viel, aber jetzt wirklich einen, wo man extrem nahe wäre, habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Ja. Und das finde ich, wie du sagst, ich finde es auch schwierig, also, weil dann, da kommst du auch so ein bisschen in das Verbrüderungszeug, oder hast du wirklich so das Gefühl, es ist so eine Inside-Geschichte, das kannst du, glaube ich, in gewissen Formaten machen, bei mir wäre es jetzt wahrscheinlich eher, eher hinderlich. Und ich, eben, ich will es auch nicht zu, zu nahe haben. Ich finde, man kann, man kann merken, dass, ah, die mögen sich, oder die, die kennen sich auch schon ein bisschen. Mhm. Aber, eben jetzt, mein, mein, mein bester Freund müsste ich jetzt in der Ding, wo, 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 wo ja, zum Glück kein Prominenter ist, oder so, aber dort hätte ich wahrscheinlich eher Mühe. Ja. Aber eine gewisse, eben, eine gewisse, eine gewisse Distanz braucht es ja auch. Schaust du andere Talk-Formate, also, in- und ausländisch, oder, sagst du, stört eher für das eigene Konzept? Nein, ich, also, ich, also, ich habe sehr viele Talks geschaut, auch dort wieder eher ausländisches Zeug. Also, ich bin, ich bin auch eher geprägt von, 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 von der angelsächsischen Talk-Formate. Also, ich habe, ich habe Larry King sehr viel geschaut, Charlie Rose. So, die, die, die Geschichten, haben mir immer, haben mir immer sehr gefallen. Äh, die Schweizer Formate, habe ich geschaut. Ich schaue auch weiterhin, also, wenn ich jetzt auf einem Privatsender, zum Teil, äh, wo es ja mittlerweile auch fast überall so einen täglichen Talk gibt. Ich schaue dort gerne rein, mehr wegen der Gäste, weil ich wirklich das Gefühl, ah ja, vielleicht wäre das eh mal noch etwas für uns und so. Ich schaue keine, ich schaue keine Kolleginnen und Kollegen vergleichen. Das finde ich völlig, finde ich völlig absurd. Also, ich finde, jeder macht, auf seine Art einen guten Job. Ja. Weil es ist ein schwieriger Job, ein Gespräch zu führen. Ja, ja. Und die Leute haben das Gefühl, das ist super einfach, das wirst du auch immer hören. Aber es ist wirklich nicht einfach. Und darum, habe ich einen grossen Respekt vor allen, die das machen. Sicher aus einer eigenen Erfahrung heraus, weil es mich extrem genervt hat, am Anfang, dass man auch in diesem Land, man muss immer sein wie jemand. Also, ich habe dann am Anfang immer gefragt, bist du jetzt eher wie der Schawinski oder eher wie der Äschbacher? Und, und, ich habe schon die Frage nicht begriffen. Es gibt nur die zwei Zonen. Ja, genau. Ich habe die Frage nicht begriffen. Ich habe dann immer, hochdiplomatisch gesagt, wahrscheinlich das so dazwischen. Aber, dass man das nicht verstanden hat, oder, dass man das nicht akzeptiert, dass es noch ganz viele andere mögliche Herangehensweisen und Interviewtechniken und Talkformate gibt. Ich finde, jeder muss so sein, wie es für ihn passt. Und, und darum kann ich die auch gut anschauen, weisst du, ohne dass ich das Gefühl habe, oh, da lasse ich mich jetzt beeinflussen. Oder, das ist eine wahnsinnig gute, ähm, gute Interviewtechnik. Ich merke jetzt, ich schaue fast alle Deutschen aus, wie es mich interessiert. Tannenwil und der Lanz schaue ich viel auch nach. Und auch dort, ich finde, die machen alle einen super Job. Ja. Würde jetzt aber nicht sagen, ja, ich versuche es jetzt genauso zu machen, wie der Lanz. Oder, äh, die Maischberger, äh, wo ich, wo ich super finde, aber eben, da nehme ich mir jetzt nichts grosses raus, weil ich weiss, dann würde ich sie kopieren. Ja, ja. Und das bringt doch auch nichts. Ich finde, äh, Dings, schick hören wir, finde ich, finde ich knaller. Ja, ja. Es gibt wahnsinnige. Vor allem, seit sie kein Publikum mehr haben. Ja, ja, ja. Aber was, was schwierig ist. Ja. Was schwierig ist. Das merke ich auch. Wir haben ja auch keins. Ja. Manchmal würde ich gerne sagen, hey! Total! Klatscht jetzt mal! Darum, ich habe immer alle, alle Comedians wirklich bewundert, die während Corona ohne Publikum versuchen, eine Stimmung halbwegs hinzukriegen. Ja, das geht davon nicht. Es geht davon nicht. Und ich glaube, dort geht es. Ja. Und eben, wir haben ja auch so einen Rahmen, wo man sagt, hey, es ist sehr, so ein geschützter Raum, ein intimer Rahmen, der braucht es auch nicht unbedingt Publikum. Aber manchmal denke ich mir, ein gewisses Feedback, oder sei es nur ein Raunen, wo man sich merkt, oh, da bin ich auf dem richtigen Weg oder irgendwie merkst du auch, wenn die Leute abhängen oder es nicht so langweilig ist. Das fehlt mir zum Teil. Ja. Die 1 zu 1 Feedback-Kultur, die auf der Bühne viel mehr hast. Für das hast du jemand auf dem Ohr, der sagt, so! Du bist heute wieder spitze. So geil. Die mich einsallt. Ja, ja, genau. Eben, so ein bisschen Rückmeldung wäre zum Teil vielleicht nicht schlecht. Aber ähm... Hat Lanz jetzt wieder Publikum? Nein. Die haben gar nicht angefangen, gell? Die haben das aufgehört. Seit Corona sind die nicht mehr... Vorher... Ich finde es auch ein bisschen komisch, weil du bleibst dann bei Leuten hängen und trugst den Dea... Ja, vor allem, weil du sie immer gesehen hast. Das habe ich komisch gefunden. Und am geilsten ist es gesehen der Aufnahmeleiter, der einfach nach jedem Satz... Das ist dann das, oder? Also eben, wenn du die Leute anheizst. Aber ich habe das zum Teil... Aber du fühlst natürlich die Sendezeit? Ja, natürlich. Natürlich. Und er kann sich wieder fangen und fassen und so. Aber das habe ich zum Beispiel jetzt bei den Alleinheiten, eben, wie dort das Publikum auch animiert wird. Mhm. Und ich habe... Ich habe in Nightmoor gearbeitet, früher einmal. Wirklich? Wow! Um eine von meinen Jugendsünden auch noch... Und dort haben wir ja aktiv immer Publikum suchen. Also Dieter Moor hat auch gesagt, hey, ich mache das nur vor Publikum. Und dort haben wir es ja sehr wie amerikanische Shows wollen machen, dass der 1 zu 1 Austausch und dass er sich wirklich auch von dem kann nähren, oder? Und dann... Aber dort haben wir das Problem gehabt. Wir haben wirklich immer jeden Tag Publikum suchen. Ja, ja. Bist du zum Teil sogar an Bahnhof Öhrlicken, Tickets verhökern und so. Es ist in der Schweiz nicht einfach. Natürlich nicht. Vor allem, wenn du viel willst, oder? Ja. Also nicht nur zwei Reihen. Sonst sieht es dann schnell auch so ein wenig Sperrlich aus. Der will am Anfang auch so oft 50 mal 80 oder so. Ähm. Kommt dann auch noch auf den Tag drauf an, oder? Und du musst irgendwie... Weisst, auch in Zürich, klar, man geht morgen an Aufzeichnen. Du gehst ja nicht jede Woche. Und ähm... Ich weiss noch, wir sind mal als Schulklasse und logisch auf uns, hat ja auch irgendjemand da geschrieben und sagen, kommet bitte. Jetzt sind wir eine von diesen Sitcoms schauen. Okay. Als Schulklasse, weisst? Wo es oft so, hey, wir brauchen eben, wir brauchen... Aber dort auch lachen auf, äh... Ja. Auf Befehle, oder? Schon... Es wird schon sehr animiert, logischerweise. Hey, wenn wir eine Szene dreimal drehen, ähm... Dort, wo du das erste Mal gelacht haben, lacht dann wieder, weisst? So. Ausser eine Szene, haben sie gesagt, die machen wir nur einmal, weil es ist halt irgendetwas Technisches gesehen, wo irgendwie etwas zusammenkracht. Also bitte lacht dort. Ja, eben. Also bitte, seien zuerst still, seien zuerst still und wenn es dann passiert, dann verrecken und verlachen, oder? Ähm... Aber das würde jetzt bei mir nicht funktionieren. Also, weisst, Schulklassen... Ich sehe so, bei der Arena funktioniert das gut, finde ich. So, dort hast du so, die Jugendlichen, hast du zum Teil so ganze Gymi-Klassen, die drinnen sitzen, die sind am Thema interessiert, nehme ich jetzt mal an. Bei uns eben, du kannst jetzt nicht irgendwie eine Truppe zusammenstellen, komm, wir gehen jetzt nach Gredi schauen, und dann sind es nach zwölf Minuten so dermassen langweilig, die schauen irgendwo hin, dann schaust du auch noch dir an. Ja, vor allem, du gehst ja dann, also das ist halt auch noch etwas, du gehst ja für 33 Minuten, das geht jetzt noch, aber... auch für etwas gehen, das richtig... Ja, natürlich. Richtig etwas... Benissimo oder so. Ja, Benissimo. Aber, gell, der Harald Schmidt hat auch erzählt, am Schluss, als er noch seine Late-Night-Show gemacht hat, sind am Schluss ja auch noch irgendwelche Altersheime in Cars vorgefahren worden. Ja. Weisst du, wo es auf Sky gelaufen ist? Weil halt eben, wenn es nicht mehr präsent ist bei den Leuten, kommen wir sie auch nicht mehr auf die Idee, dass wir das schauen können. Ja, klar. Weil das hat ja irgendwie... Was hat das gehabt? 4'000 Quoten. 4'000 Quoten. Also nichts, oder? Und dann musst du halt wirklich auch Publikum organisieren. Das Lustige ist, den Namen, an den habe ich vorher gedacht. Du hast ja gesagt, manchmal musst du auch aufpassen, dass nicht... Also wer die Einladung ist. Harald Schmidt ist so ein klassischer Fall bei mir. Ich habe den noch nie, kann noch nie kennengelernt. Ewig lang ein Fan gewesen. Und dort hatte ich jetzt wie Angst. Und er ist auch schon mal... Wir haben ihn schon fast gehabt und er musste wegen Corona absagen. Also nicht wegen Corona, sondern wegen der Pandemie. Ja. Und dort habe ich jetzt wie das Gefühl, dem bin ich vielleicht zu nahe, als einer, der ihn immer super gut gefunden hat. Ja, ja. Da kann ich mich fast nur enttäuschen. Ja, ja. Und er macht ja auch einfach eine Show. Absolut. Der bereitet sich vor und hält dann auch einen nach dem anderen raus. Dem kommst du auch nicht näher. Also das ist wirklich, das ist ein Performer. Ja. Und dort habe ich jetzt das Gefühl, also ich werde ihn sicher mal haben, aber dort habe ich befürchtigt, dass es vielleicht dann so rauskommt. Dass ich wirklich am Schluss das Gefühl habe, irgendwie bin ich dem nicht näher gekommen und ich finde den weiterhin genial. Aber eben, das ist jetzt einfach eine Performance gewesen, oder? Bei dem habe ich mich immer selber sabotiert. Wirklich. Also weißt du eben, wo ich die Late Night Show gemacht habe, jetzt hat er selber schon keine Sendung mehr gemacht und er hat in jedem Interview gesagt, ja, Location geht vor Inhalt und so. und er geht immer gerne in die Schweiz und er hat wirklich in der Schweiz wahnsinnig viel gemacht. Weißt du, irgendein Morgentalk? Jaja. Irgendeinem. Du kommst ja gut an den Namen. Eben. Und ich habe immer so gedacht, eigentlich müsste ich einfach mal eine Mail schreiben, dann kriege ich, dann kann ich immer noch schauen, oder? Und dann habe ich mich aber immer selber sabotiert. Ich fand, der sagt eh ab. Weißt du, und ich habe es gar nie geschrieben, weil eben, gleich auch genau der Gedanke, halt einfach ein bisschen Schiss. Dann ist es so, ja, ja, ich weiss nicht, ob ich da gewachsen wäre, so, oder? Oder vielleicht ist es so, Don't meet your idols, weisst du, das so cool ist. Nein, das wäre bei ihm wirklich wurscht. Also weisst du, der könnte auch wahnsinnigen Arsch sein. Ja. Bei ihm wäre es mir egal, weil ich habe zu finden, eben, das ist ja eh eine Kunstfigur. Ja, stimmt. Also dann liess ich, eben, weisst du dann auch nicht, was stimmt und was nicht. Nein, natürlich. Dann liess ich viel drüber und hörst, aber es ist mir am Schluss völlig wurscht. Also komm, jetzt lade ich ihn mal ein. Ja, der kommt noch mal zu mir und dann sage ich jetzt, geh noch rasch zum Joel. Ja, er soll es an einem Tag machen. Ja, genau. Ich meine, es sind ja so hoch, hast du ja gemerkt, wie hoch unsere Studios sind. Gage noch teilen oder so. Eben, das ist mir auch wurscht. Er sagt, du zahlst, du zahlst ein schönes Hotel. Ja, ja, genau. Das ist eben auch noch so ein Ding. Wir zahlen auch keine, weisst du, wir zahlen keine riesen Gage und so. Ja. Du bist dann zum Teil auch. Eben, bist du darauf angewiesen, dass die Leute auch wen kommen, oder? Ja, ja, logisch. Logisch. Wie bei dir. Apropos, wie viel gibt es da heute? So. So. Vielen Dank. Wir sind auf dem Ende. Hey, Urs. Ich bin der, der nach anderthalb Stunden einfach nichts mehr sagt. Ebenfalls. Danke vielmals, Joel. Weiterhin viel Erfolg. Danke. Alles Liebe. Es hat wirklich sehr Spass gemacht mit dir. Gleichfalls. Danke. Schön, du bist du gesehen. Bis bald. Und wir beredet dann gerade noch. Wege den Galschen. Sandwich ist gut. Danke, Christoph. Und ja, bis bald. Peace. Wege.